Es ist wieder Zeit zum Zeitreisen. Vor 100 Jahren ist der 28.10.1917 und heute ist der 28.10.2017. Vor dieser Folge gab es 72 andere Folgen. Es folgt heute die 73. Folge. 28. Oktober 1917. Der Oktober wird kalt und nass bei 12 Grad und ergiebigen Regen. Herzlich Willkommen zur 73. Ausgabe von Ver 100. Hier ist der Luis und er ist wieder da, der... Steffen, hallo liebe Zeitreisende. Es geht mir wieder gut, ich lebe. Ja, hast dich gut erholt von deiner Krankheit und bist wieder bei uns. Wir haben heute einen bunten Blumenstrauß an Themen für euch vorbereitet. Wir haben unter anderem Marta Hari, ich sonst so, einen Reichskanzler Michaelis. Ihr könnt euch drauf gespannt sein, ihr könnt drauf gespannt sein, was gleich kommen wird. Wir bashen die USA und haben auch noch Werbung und ich habe auch noch einen kuriosen Witz rausgesucht. Bevor wir damit anfangen, erstmal ganz wichtig, unser Podcast wird ja auch in 100 Jahren gehört und wenn ihr den in 100 Jahren hört, also am 28.10.2117, guckt mal bitte, was... Musstest du aber Kopfrechnen, ne? Jaja, das war kompliziert. Guckt mal bitte, was vor 100 Jahren in Katalonien passiert ist. Das ist gerade sehr spannend. Ja. Okay, unser Folgeaufbau, der Folgeklassischer Aufbau. Wir fangen an mit den Hausmeisterthemen, denn... Podcaster reden immer viel zu viel über sich selbst. Deswegen haben wir die Eieruhr auf zwei Minuten Zeit begrenzt dabei. Danach haben wir kurz eine Feedbackrunde von einem unserer Hörer und gehen dann in die Themen von vor 100 Jahren über. Steffen, ist das so für dich auch richtig? Ja, nur ich habe diesmal keine Eieruhr dabei. Ich würde sagen, wir machen es diesmal nach Gefühl. Wir machen sozusagen, okay, nach Gefühl. Und zum Schluss haben wir unsere Totholz-Rubrik. Genau. Und ich würde sagen, dann fangen wir direkt mit den Hausmeisterthemen an. Steffen, Hausmeisterthemen. Die Hausmeisterthemen. Es ist schon in der Podcaster-Szene vorgekommen, dass sich viele über die Änderungen von Flatter geärgert haben. Ich will jetzt gar nicht darauf eingehen, was sich da alles ändert. Nur es führt dazu, dass der vor 100 Podcast demnächst, vielleicht sogar schon mit dieser Folge, aber ich würde eher sagen demnächst, nicht mehr bei Flatter gelistet sein wird. Ihr könnt uns also nicht mehr flattern. Ja, am besten ab sofort damit einstellen. Ja, wobei ich glaube, das machen eh kaum noch welche. Wir sind aber weiterhin bei Patreon oder iTunes oder so weiter gelistet. Apropos iTunes. Wir waren vor, ich glaube, insgesamt waren wir wahrscheinlich zwei Wochen lang nicht mehr bei iTunes auf Findbar. Das hängt damit zusammen, dass iTunes sich mittendrin entschlossen hat, unsere Zertifikate nicht mehr zu akzeptieren und man mit HTTPS-Feeds da nicht mehr viel machen konnte. Also wir hatten ein Feed auf HTTP-Basis und jetzt haben wir ein HTTPS-Feed, den hat Stefan umgestellt. Schon seit einiger Zeit. Schon seit einiger Zeit und iTunes kann HTTPS sozusagen nicht akzeptieren. Hintergrund ist, das S steht für sicher, alles andere Technische lassen wir da raus. Ja, also grundsätzlich HTTPS kann es, aber mit bestimmten Varianten kriegt es manchmal Schluck auf. Und wir hatten uns schon gewundert, warum bei iTunes auch unser Lois-Logo nicht übernommen wurde und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn. Es hat sehr lange gedauert und ich musste auch sehr, sehr kämpfen. Aber es geht jetzt wieder alles. Nur der Feed ist nicht mehr auf HTTPS, sondern nur noch auf HTTP. Und genau. Aber im Ergebnis funktioniert das alles wieder. Ja. Ich kann nur eins sagen, ihr hättet den Steffen hören müssen, er hat geflucht. Ja, also es gab zahlreiche Probleme überhaupt mal. Wir haben uns ja auch eine neue Apple-ID erstellen müssen. Und ich musste teilweise echt, ich habe mich die Frage gestellt, was jetzt das Problem ist, warum jetzt hier immer ein Fehler kommt. Weil die Fehlermeldungen, es tut mir leid, das wird jetzt etwas technisch. Aber ich muss jetzt mal ein bisschen ranten. Man hatte mal so sinnlose Fehlerrückmeldungen bekommen. Im letzten Schritt, wenn man auf Speichern klicken möchte oder auf OK, nachdem man schon zig Formulare ausgefüllt hat. Steffen war unzufrieden. Kam dann irgendwann nur von iTunes zurück Fehler. Steffen war immer noch unzufrieden. Und ich denke mir so, also ich bin ja selber Anwendungsentwickler. Ja, gib mir doch den Fehlergrund oder gib mir einen Hinweis. Was ist der Fehler? Sag mir doch nicht nur Fehler. Jetzt ist Steffen wirklich unzufrieden. Und ich habe dann sehr, sehr lange, ich glaube, ich habe zwei Tage gebraucht, um auf den Fehler zu kommen. Weil letztendlich habe ich mich einfach gefragt, wenn ich ein schlechter Programmierer wäre, was könnte ich für Fehler einbauen in dieser ganzen Software? Und ich habe den Fehler gefunden und das hat danach funktioniert. Liebe Hörer, liebe Zeitreisende, so hört es sich an, wenn ein Anwendungsentwickler iTunes bedient. Ja. So, okay. Unzufrieden. Unzufrieden. Ja, aber das war, das war, aber das Ergebnis ist, ist alles so wie vorher. Und haben wir noch ein Hausmeister-Thema, Steffen? Ich möchte mich auch nochmal bei dir, Luis, und bei Philipp, ich weiß ja, Philipp hört jede Folge von vorhundert bestimmt, auch nochmal bedanken, dass ihr so kurzfristig eingesprungen seid. Und auch nochmal für die Hörer-Post-Zeitgeschichte auch nochmal bedanken, die wir bekommen haben. Ja. Habe ich mich sehr gefreut. Dann können wir auch gleich die Hausmeister-Themen abschließen und in den Feedback teilgeben. Und zwar, ein Hörer hat unsere Nummer genutzt und draufgesprochen. Genau, wir haben ja ein AB, da gehen wir ja nicht selber ran, sondern da kann man uns Nachrichten hinterlassen. Und wir haben Feedback bekommen, das spielen wir jetzt mal ein. Ja, hallo, das ist der Martin aus Karlsruhe. Nachdem ihr ja so um Anrufe bettelt, mache ich das jetzt halt mal. Anlass ist die Folge 71 und ihr habt ja den Stresemann öfters erwähnt und den einfach mal freundlich der SPD zugeschlagen. Ich glaube, da fühlt er sich nicht ganz wohl, weil der gute Mann, der gehört zur DVP. Und ja, ist so ein bisschen eine andere Parteizugehörigkeit, also wenn er mal nachgucken will. Ansonsten gefällt mir eure Sendung sehr gut. Und ich wünsche euch weiterhin, ja, viel Spaß bei der Arbeit, dass wir alle viel davon haben. Dankeschön, tschüss. Ja, lieber Martin, vielen Dank. Da habe ich einen Fehler gemacht und zwar, ich habe Scheidemann und Stresemann verwechselt im Eifer des Gefechtes. Und du hast völlig recht, der Scheidemann, der war SPD-Mitglied. Aber ich habe mich ja auf einen Tagebucheintrag von Harry Graf Kessler bezogen und der hat von Gustav Stresemann gesprochen. In diesem Tagebuch wird halt nicht sehr, sehr viel erklärt und ich habe im Eifer des Gefechtes die beiden Namen, weil die so ähnlich klingt, verwechselt. Und du hast völlig recht, der Stresemann war Partei- und Fraktionsvorsitzende der Nationalliberalen Partei. Und diese Partei zeichnet sich dadurch aus, dass sie sozusagen den Krieg unterstützt und eine offensive Militärflotten- und Kolonialpolitik propagiert. Sie war für den uneingeschränkten U-Boot-Krieg und war für weitreichende Annexionen durch das Reich. Und sie lebte die Friedenresolution des Reichstages ab. Also sie wollte, dass die Deutschen den Krieg militärisch gewinnen und auf Kosten der Verlierer sozusagen an Macht gewinnen. Und der Scheidemann von der SPD, der war für einen Frieden. Die waren nicht nur in verschiedenen Parteien, sondern hatten auch verschiedene politische Ziele. Und danke und wie gesagt, Stresemann, Nationalliberal, für den Krieg und für eine offensive Kriegspolitik Scheidemann-SPD. Ja, und um sich das noch besser zu merken, Scheidemann hat einen Bart, Stresemann nicht. Das wollte ich auch nochmal wichtig stellen. Ja, dann haben wir das auch. Genau. Gut. Vielen Dank, Luis, und vielen Dank an Martin. Und ich würde sagen, Hausmeisterthemen sind damit durch. Feedback auch. Feedback auch. Wie kommst du in den Themen von vor 100 Jahren? Und danach kommen wir zum Totholz. Ja, Themen von vor 100 Jahren. Wir haben euch vier Themenblöcke rausgesucht. Wir haben einmal Matahari, dann haben wir die zwölfte Isonzo-Schlacht, dann haben wir Georg Michaelis, und zwar als Nachfolger vom Reichskanzler Theoman von Bethmann-Holwig, der zurückgetreten ist. Und wir haben Amerika. Genau, da gibt es auch ein paar Meldungen. Fangen wir mal mit dem ersten Themenblock an. Mit Matahari. Genau. Sagt dir der Name Margareta Gertruida Zelle etwas? Nein, aber ich würde vermuten, dass das der richtige Name von Matahari ist. Genau. Sagt dir Leon Warden etwas? Nein. Das ist der Geburtsort. Sagt dir Vincent? Oh Gott, jetzt habe ich die Aussprache nicht nachgeguckt, Luis. Werte Hörer, ihr wisst alle, dass unser Französisch nicht gut ist, die Aussprache. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus Vincent. Vincent wahrscheinlich. Sag, nenne ihn Vincent. Das ist ein Ort. Ach so. Das fängt wieder super an. Kenne ich nicht. Gut. Das ist bei Paris und mittlerweile, wenn man sich das mal anguckt, ich würde schon sagen, das ist immer noch Paris. Aber gut. Das sind Dinge, die sollte man wissen. Denn Leon Warden ist ein Ort in den Niederlanden. Das heißt, Matahari ist dort geboren. Die war eigentlich aus den Niederlanden. Ist relativ weit oben im Norden, schon fast in der Nordsee, würde ich sagen. Ein paar Kilometer entfernt. Und ja, am 15.10.1917 wird eine Spionin erschossen. Sie hat die deutsche Kennung H21 und viele kennen sie unter dem Namen Matahari. Louis, kanntest du Matahari so, weißt du, wer das eigentlich so ist? Ja, es gibt ja auch Filme über sie. Sie ist ja doch, zumindest ist es in meiner Vierterblase extrem bekannt. Matahari kennt man. Ich sehe auch wieder das Bild von ihr. Eine schöne Frau. Und auch eine spannende Geschichte als Holländerin, deutsche Agentin. Ja, das ist eine seltene Kombination, würde ich sagen. Steffen, erzähl mir mehr mehr. Kannst du mir sagen, wie es dazu eigentlich kam? Tell me more, tell me more. Also Matahari vor allem, habe ich ja auch verbunden mit einer extrem schönen Frau in meiner Erinnerung. So, was man so mitbekam. Und ja, also es lohnt sich mal Bilder zu googeln. Kann man schon sagen. Ist schon ganz gut. Und Louis hat gerade dieses Chronikbuch auf. Ich finde, das Bild ist nicht ganz so gut getroffen. Aber jedenfalls hat sie vor dem Krieg, vor dem Ersten Weltkrieg in Paris, in Frankreich gearbeitet, als Tänzerin. Und lustigerweise ist in dem Chronikbuch von uns gemeint, dass sie mit ihren buddhistischen Tempeltänzen die französische Bevölkerung begeistert hätte. Also wie muss man sich buddhistische Tempeltänze denn vorstellen? Das sind, ich habe in anderen Quellen gelesen, dass sie nackt Tänze gemacht hätte. Also heißt es einfach nur, sie hat orientalische und orientalisch angehauchte Tänze vorgeführt und das halb nackt. Klar, dass das die Männerwelt damals begeistert hat. Und ich denke auch 100 Jahre später, wenn man da die Bilder sieht, das sieht schon nett aus. Genau. Und ja, sie hat halt, als der Krieg anfing, begonnen, für die Deutschen Informationen auszutauschen. Sie hat sich bei Paris, dann hat sie sich da in einem Häuschen niedergelassen und wurde besucht von französischen Offizieren, auch teilweise mit sehr, sehr hohen Rängen und hat dann dem Deutschen Geheimdienst Informationen zukommen lassen. Da ist immer ein großes Mysterium drum gemacht worden, was das jetzt für Informationen waren, ob das sehr wichtige Informationen waren oder vielleicht nur so randlose Informationen. Da ist man sich zurzeit noch nicht so sicher. Das Interessante dabei ist, viele sagen, das ist wahrscheinlich eher nicht so, die bedeutenden Infos und Informationen waren, dass sie sich eher so aus finanziellen Nöten retten wollte und ihr gar nicht die Gefahr so wirklich bewusst war. Letztendlich haben wir ja 2017, sie wurde vor 100 Jahren getötet und jetzt 2017 werden von den Franzosen oder dürfen von den Franzosen, besser gesagt, Akten freigegeben werden. Die wurden auch vor kurzem veröffentlicht. Das heißt, die Gerichtakten waren 100 Jahre unter Verschluss, und jetzt erst nach 100 Jahren? Ich glaube, so generell auch vom Geheimdienst, vom Französischen. Also die Zahl 100 hat Relevanz. Ja. Das sagt der Mann mit seinem goldenen Notizbuch in der Hand vom Jahr 1917. Ja. Das wurde mir zum Geburtstag geschenkt. Ja, genau. Von meinem Podcast-Kompagnon. Ja, na gut, ja. Ich schäme mich gerade, weil ich das angesprochen habe. Gut, Steffen. Ja, jedenfalls hat sie einen Fehler gemacht, und zwar wurde sie im Juli 1917 in Köln und in Madrid mit deutschen Geheimdienstoffizieren fotografiert. Und dann wurde klar, dass sie wahrscheinlich Informationen weitergibt und eventuell eine Spionin sein könnte. Und das dauerte gar nicht lange. Wie gesagt, im Juli wurde dieses Foto gemacht, und am 24.07. gab es dann schon, da wurde sie schon festgenommen, und es gab das Todesurteil von Gericht. Mhm. Und so kam es also, dass am 15.10. 1917 dieses Todesurteil vollstreckt wurde. Sie sollte erschossen werden. Und ich habe mir das mal angesehen auf der Karte. Dieses Gefängnis, in dem sie damals dann saß, das gibt es heute gar nicht mehr, befindet sich in Paris, in der Rue du Fonbourg-Saint-Denis. Entschuldigung an dieser Stelle. Das ist seit einigen Jahren dann schon ein reines Frauengefängnis gewesen. Mhm. Und sie wurde dann abgeholt mit Autosfuhren vor. Mhm. Und das Spannende dabei ist, damals war das schon eine riesige Medienrelevanz, denn sie wurde von sechs Dienstwagen abgeholt, die tatsächlich jetzt etwas mit dieser Hinrichtung zu tun hatten. Und gefolgt wurden sie von 20 Journalistenwagen. Das klingt aber nach einer Inszenierung. Ja. Exempel. Also ernsthafte Spione riecht es ja nicht so öffentlich hin. Das ist ja eher eine Inszenierung, finde ich. Aber interessant, 20 Wagen nur mit Journalisten. Ja. Da wollte man auch eine gewisse Botschaft senden. Genau. Und die sind dann acht Kilometer weitergefahren nach Vincennes. Oder Vincennes. Da ist eine Festung. Und wie gesagt, kann man mal auf der Karte sich anschauen. Heutzutage würde man sagen, das ist noch Paris. Aber eigentlich ist es wohl nur Rand Paris. Jedenfalls ist da eine große Festung, wo damals auch Hinrichtungen durchgeführt wurden. Und wir haben hier auch in diesem Chronikbuch beschrieben, wie so ihr letzter Gang war. Das Schöne ist, dass ich mir ja mal so eine Seitenzahl nicht aufschreibe. Aber hier ist es. Und ich will das jetzt gar nicht alles vorlesen. Nur wurde sie in dem Auto befanden, in dem sie saß, gab es auch eine Nonne und einen Pfarrer und natürlich auch einen Offizier. Und dann ist sie ausgestiegen, mit der Nonne begleitet und mit dem Pfarrer begleitet. Und dann fasst sie der Nonne ruhig unter den Arm und geht mit ihr an den Pfahl. Und dort gibt es dann einen Kommandanten, der ruft zu seinen Soldaten. Übrigens zwölf Soldaten standen da und sollten auf sie schießen. Und der ruft zu diesen Soldaten, präsentiert das Gewehr. Und Matahari tut, als ob ihr das gelte und sagt einfach nur ganz frech. Das ist schön. Ich danke Ihnen. Also sehr sarkastisch. Das musst du auch erst mal schaffen in dieser Situation. Du gehst gerade zu dem Pfahl, zu dem du erschossen werden. Also bei dem sollst du erschossen werden. Und dann ruft jemand präsentiert und du sagst einfach nur, das ist sehr schön. Ich danke Ihnen. Ja, interessante Reaktion. Hätte ich jetzt persönlich eine andere gewählt. Man hat auch gesagt, dass sie sehr vornehm auch gekleidet war. Also sie hat auch noch auf ihr Äußeres sehr geachtet. Und jedenfalls läuft sie aber noch weiter. Sie hat immer noch die Nonne unter dem Arm und den Pfarrer an ihrer Seite. Und jetzt löst Matahari ihren Arm aus der Nonne und sagt zu ihr, Bleiben Sie hier stehen. Gehen Sie da nicht weiter, sonst werden Sie vielleicht auch noch erschossen. Schön, dass sie das der Nonne sagt. Bleiben Sie hier stehen, sonst werden Sie vielleicht auch noch erschossen. Und zu dem Pfarrer sagt sie auch noch so etwas Ähnliches. Sie sagt zu ihm, Sie müssen ruhig bleiben, Hochwürden. Gehen Sie weg da, sonst erschießt man Sie auch. Sie nehmen es ja nicht so genau. Okay. Das ist eine interessante Reaktion. Also wenn ich mir jetzt alles so anhöre, war das jetzt so eine Top-Spionin, die die großen Geheimnisse ausgefunden hat? Das weiß ich nicht. Ich glaube auch mit diesen Akten, die da jetzt freigegeben wurden, was auch immer da rauskommen wird, so richtig wissen wird man es nicht. Ich glaube, sie ist eine Frau gewesen mit einer Wirkung, der sie sich auch bewusst war. Schließlich hatte sie die höchsten Offiziere bei sich. Sie wusste, wie sie sich inszenieren muss, wie sie sich präsentieren muss. Und wahrscheinlich war ihr klar, dass sie jetzt nichts mehr in ihrer Situation ändern kann und hat mit starkem Sarkasmus und schwarzem Humor damit reagiert, darauf reagiert. Ich finde es aber schön, dass du, also sie ist die Person, die jetzt zu diesem Fahrer geht und hingerichtet werden muss und sie sagt aber zu dem Fahrer, der ja nur zu ihrer Begleitung dabei ist, er soll jetzt mutig sein. Also ich finde es skurril, das Ganze. Also alles, was du erzählt hast, ist alles makaber und skurril. Also Marta Hari ist so auf jeden Fall ein Thema, was schwierig einzuordnen ist, aber auch gleichzeitig höchst interessant ist. Ja, sie ist so ein bisschen dadurch ein Mysterium geworden. Wahrscheinlich gab es da deswegen auch sehr viele Filme mit ihr, also nicht mit ihr, Ja klar, die schöne Tänzerin, die mit den buddhistischen Körperbewegungen die hohen alliierten Offizieren begeistert. Mit den Tempeltänzen. Mit den buddhistischen Tempeltänzen. Ja. Und gerade in den 20ern, wo man sehr gerne mal im Kino nackte Haut gezeigt hat. Ja. Kam jetzt auch, ich glaube vor kurzem, ich meine, es ist eine ARD-Produktion und typisch öffentlich-rechtlich, sie meinen, dass sie jetzt nochmal die Geschichte von Marta Hari erzählen wollen, aber sie wollen jetzt nicht so einen kleinen Softporno zeigen, sondern die, wer war Marta Hari wirklich und wie war ihre politische Rolle? Und dann sah man nur einen kleinen Screenshot aus dem Film, wo zwei ernst guckende Frauen in eine Treppe runtergehen. Ich habe so ein bisschen Befürchtungen, also ich werde mir den wahrscheinlich mal anschauen, aber ich befürchte, dass es wieder so ein Film wird, wie auch die Frau von Haber, Fritz Haber. Ach so, klarer immer war. Klarer immer war. Ja, genau. Wir berichteten in Folge 20 über diesen Film, das war furchtbar. Ja. Genau, so viel zum Thema Marta Hari. Also sehr, sehr beliebt in der Popkultur. Ricky Martin fragt in seinem Song Shake Your Boom Boom. You're a Marta Hari. I wanna know your story. Oder Marta Hari wird im Song von Besserwisser Boy von der Band Die Ärzte erwähnt. Ja. Wer genau war Marta Hari? Die Band Genghis Khan, wer kennt sie nicht, veröffentlichte einen Song namens Marta Hari. Von der Ska-Band Kingpins gibt es auch ein Lied namens Marta Hari. Die norwegerische Sängerin Anne-Kathrin Ström trat mit dem Song Marta Hari für ihr Heimatland beim Eurovision Song Contest 1976 auf. Und Hari, Marta Hari ist eine Band aus wer kennt die Band nicht? Bosnien und Herzegowina. Ja. Also es reicht allein schon bei YouTube mal Marta Hari einzugehen. Da kommen ja so lauter also lauter so Videos mit Thumbnails wo man nur so eine halbmärkte Frau sieht. In dem Song Like It or Not aus dem Album Confession on a Dance Floor von Madonna kam folgender Text vor. Cleopatra headed her way. Marta Hari too. Whether they were good or bad it's strictly up to you. Tolle Zeile. Ja ne? Cleopatra hatte es auf ihren Weg Marta Hari auf ihre Art. Ob sie schlecht oder gut waren liegt in deinem Ermessen. Ja. Also das hat Madonna gesagt über Marta Hari. Wahnsinn. Würde ich sagen gehen wir zum nächsten Thema über. Das war jetzt ein relativ längeres Thema. Wollen wir mal Kuriositäten von vor 100 Jahren aus unserer Kramkiste rausholen? Jo, das tun wir doch direkt. Und zwar habe ich hier eine schöne Meldung gefunden. Die ist mir gerade eben ins Auge gestochen. Ein Tag nach der Tötung von Marta Hari. Und zwar gibt es hier eine Meldung im Chronikbuch Brauerei verkauft Wasser statt Bier. Ja. Und da gab es einen 74 Jahre alten Brauereibesitzer, der wurde jetzt verurteilt, weil, und hier steht... Aber ich meine Wasser statt Bier verkaufen, meine man, also ich meine den Unterschied schon zu schmecken. Ja, ja, das kommt erst noch. Und zwar wurde er verurteilt, weil, und hier steht wörtlich drin, das Bier des Braumeisters weist eine zu große Ähnlichkeit mit reinen Wasser auf. Und es wurde dann gesagt, dass das Urteil und die Urteilsbegründung im vollen Wortlauf veröffentlicht werden soll, um die Konsumenten auf die Bierfälschung aufmerksam zu machen. Das heißt, du musst erst mal der Bevölkerung sagen, hier laufen Brauereibesitzer rum, die, die packen, die machen, die machen Produkte. Die panschen. Die panschen. Und, äh, die haben eine zu große Ähnlichkeit mit reinem Wasser. Also, ich glaube, wenn die Situation auftaucht, dass wir nicht mal mehr merken, dass es gar kein Bier mehr ist, sondern ein gespritztes. Ja, sondern ein gespritztes oder reines Wasser fast schon. Ein gepanschtes Bier. Ein gestrecktes Bier. Dann muss es uns echt schlecht gehen, Luis. Ja. Also, wenn es da so an den Hofstorfen führt. Wenn man den Deutschen schon sein Bier weg, verpanscht. Das wäre wie, ähm, wenn man auf einmal nur noch 120 auf allen Autobahnstrecken fahnt. Wie, wenn man den Schweizer, die Löcher aus dem Käse nimmt. Mein Gott. Oder den erst mal das Taschenmesser wegnimmt. Mit, mit dem Taschenmesser, die Löcher wegnimmt und dann das Taschenmesser nicht zurückgibt. Genau. Ja. Der politisch korrekte vor 100 Podcast. So. Ähm, ja. Ähm, ist auf jeden Fall, also im Deutschen Reich vor 100 Jahren wird Bier gepanscht. Gut, ja. Ja, ja. Ähm, da wir auch gerade von Matahari sprachen, sie kam ja aus den Niederlanden und wir haben ja auch noch eine schöne Meldung, dass es jetzt ein kleines Tauschgeschäft gibt zwischen dem Deutschen Reich und den Niederlanden und ich würde jetzt mal gerne von dir wissen, Luis, ob du so, ob du das, ob du den Tausch, den Deal fair hältst. Denn die Niederlande erhalten von Deutschland Kohle und Stahl und das Deutsche Reich dagegen Käse und Butter. Kommt drauf an, wie, wie, wie hungrig ich bin. Die Ratlosigkeit in Luis' Gesicht. Fair. Also ich meine. Jetzt stell dir mal vor hier, ähm, also es kommt aus Verhältnis an, aber ich finde in der damaligen Lage, glaube ich, fände ich das eine ziemlich, ziemlich guten Tausch. Wir haben ja Hunger. Es ist ein gutes Anzeichen, dass es der Bevölkerung in Deutschland an Lebensmitteln fehlte, wenn man schon bereit ist. Mitten im Ersten Weltkrieg Stahl abzugeben. Und Kohle für Butter. Aber scheint ja offensichtlich gebraucht zu werden. Guter niederländischer Käse, dafür gibt man schon mal was weg. Ja, Käse, da haben wir jetzt wieder Käse. Käse, das ist eine Käsesendung. Ja, ja. Gut, gut. Apropos Käse. Ja? Ja, nee, du hast nur gesagt, es ist apropos Käse. Nee, jetzt das nächste Thema. Ähm, ich weiß jetzt nicht, worauf du hinaus willst. Soll ich noch die nächste Meldung machen? Ja. Gut, eine goldene Brücke hier an Überleitungen. Man merkt, dass ich zwei Wochen nicht dabei war. Vier. Vier Wochen, oh mein Gott. Ich möchte es noch sagen. Luis hat schon, hat schon einen Zug. Ja. Wir haben vorhin, ähm, darauf hingewiesen, dass ja gerade kuriose Dinge sich in Spanien, beziehungsweise Katalonien, man muss es ja mittlerweile ein bisschen trennen, ähm, sich abspielen. Und vor hundert Jahren, tatsächlich in der Zeitung vor hundert Jahren, gab es eine kleine Meldung, Rücktritt des spanischen Kabinetts. Und da hat der Ministerpräsident seinen Rücktritt, ähm, angekündigt. Und hier steht drin, ähm, dass er keinen verfassungswidrigen Einflüsse dulden wolle. Also auch schon vor hundert Jahren in Spanien verfassungswidrige Einflüsse und Dinge, die sich dort abspielen. Finde ich witzig, dass es sich über die Jahre durchzieht, durch Spanien und Katalonien. Also die Meldung hat jetzt nicht speziell was mit Katalonien zu tun, wobei gemerkt sein soll, dass dieser Ministerpräsident Dato, heißt der, 1921, Achtung, Spoiler-Alert, von katalonischen Anarchisten ermordet wird. Da haben wir das Thema wieder. Dam, dam, dam. Vielleicht wissen Zeitreisende aus der Zukunft, die diesen Podcast hören, schon in hundert Jahren mehr, wie die ganze Geschichte Katalonien und Spanien ausgegangen ist. Aber dieses Thema war auch schon vor hundert Jahren aktuell. Ich vermute mal, dass das jetzt so ein Virus ist, der sich durch die ganze Welt, demnächst wird sich Bayern abspalten. Oder die Schotten. Die Schotten, ja. Oder die Basken. Das halte ich schon eher. Oder die Norditaliener, die wollen auch irgendwie unabhängig werden. Ja. Die Berliner. Nee, nee. Wer soll uns denn Geld geben? Wer soll uns den Flughafen bezahlen? Ja. Also, wir haben ja alle geschlossen. Ja. Hoffentlich bald. Ja. So. Gut. Dann, ähm, Luis hatte ich gesehen, wir haben ja noch eine Meldung über BUSA. Über BUSA? Buch und Filmamt BUSA hat einen Film rausgegeben. Ach, genau. Ja. Und zwar die BUSA. Das ist die, wer kennt sie nicht, die Propagandastelle der deutschen Reichsregierung. und, ähm, die hat einen Film aufgenommen. Und zwar mit der Kamera auf einem U-Boot. Und der Film heißt U35 bei der Arbeit. Mhm. Und was diese Sache so spannend macht, ist, den Film kann man sich auf YouTube angucken. Ja. Also, und, den Link werden wir, werden wir sozusagen hinterlegen auf der, auf der Webseite. Und, äh, das ist sozusagen, hat irgendeine Organisation Amerika, hat die Filmrollen auf YouTube reingeladen. Und der Film fängt auch an, ein historisches Dokument von einem untergegangenen Imperium. Und dann kommt U35 bei der Arbeit. Ähm, ja. Und, ist auch nicht, ist auch wirklich, die Bilder sind wirklich ziemlich gut. Also, man erkennt die Seemänner, man erkennt sinkende Schiffe. Wir hatten ja sowas, sowas schon mal reingestellt. Sind, ähm, ja. Ich finde es ja spannend, dass sowas auf YouTube noch zu sehen ist. Ja. 22 Minuten, nicht in Farbe, aber interessant. Ja. Ja. Ein Stummfilm. Ein Stummfilm. Gut. Wollen wir zu dem nächsten großen Block gehen? Ja. Zur Isonzo-Schlacht? Ja, Isonzo-Schlacht. Isonzo-Isonzo-Isonzo-Schlacht. Ähm, Steffen, wie viele Isonzo-Schlachten haben wir denn mittlerweile? Wir hatten bis vor kurzem 11. Und jetzt haben wir die 12. Genau. Ja, 12 Isonzo-Schlachten. Ungefähr Zeit Mitte 1915, da müsste wahrscheinlich die erste gewesen sein, weil Italien damals in den Krieg eintrat, wenn ich mich recht erinnere. Ich glaube, das war Mai 1915. Genau. Und, äh, der Isonzo ist im Fluss, ja, und, äh, der vergeht so parallel, grob gesprochen, ähm, an der Grenze zwischen dem heutigen Italien und dem heutigen Slowenien. Da ist ein Fluss, der heißt Isonzo, und da schlagen sich die Österreich-Ungarn und die Italiener die Köpfe ein. Ja. So, zwei Schlachten lang. Meistens war es so, dass die Italiener angriffen und die Österreich-Ungarn, also, die mussten sich im Gebirge eher verteidigen. Richtig. Und grundsätzlich ist die Lage die, dass die Österreicher erheblich zahlenmäßig überlegender sind, weil die haben ja auch sozusagen nur, nur in Anführungsstriche diese eine Front, während Österreich-Ungarn diese Front hat, dann die Front nach Griechenland und Serbien hin, plus nochmal die Front nach Russland. Also drei Fronten haben die diese sozusagen mit Soldaten bestücken müssen. Du meinst, dass die Italiener im Vorteil sind? Ja. Ja. Habe ich mich vielleicht versprochen. Ich meine ja, aber die Italiener sind im Vorteil. In der Italien hat nur eine Front, die mit Österreich-Ungarn, während Österreich-Ungarn hat drei Fronten. Die mit Italien, die mit Griechenland, Serbien und die mit Russland. Ja. Genau. Und das heißt, Österreich-Ungarn ist eigentlich immer Zeit, die sich unterlegen, wobei die italienische Armee sich durch eine sehr, sehr große Inkompetenz der militärischen Führung auszeichnet. Führung auszeichnet. Also, da ist schlechtes Management in der Tagesordnung. Und die greifen an und können keine Durchbrüche erzielen und das sind furchtbar verlustreiche Kämpfe hoch oben in den Bergen, Gewirkskämpfe von beiden Seiten. Und jetzt kommt die zwölfte Schlacht und die ist anders als alle, die davor. Und wir können auch gleich sagen, das ist die letzte. Wahnsinn. Nach über zwei Jahren tatsächlich mal die letzte eh sonst so Schlacht. Genau. Wir können die ja mal alle durchgeben, bevor wir durchkommen. Ich würde sagen, ich lese den Titel vor, dann du das Datum und ich kurz, was da passiert ist. Okay? Erste Izonzo-Schlacht. 29.6. bis 5.7. 1915. Italienische Niederlage. Zweite Izonzo-Schlacht. 18.7. bis 27.7. Erfolglose Offensive der Italiener. Dritte Schlacht. 18.10. bis 29.10. 15. Vergebliche Offensive der Italiener. Vierte Izonzo-Schlacht. 10.11. bis 9.12. 1915. Vergeblicher Versuch, Italiens in den Sonzo zu überschreiten. Fünfte Izonzo-Schlacht. 13. März bis 20. März 1916. Wir hatten es schon. Erfolglose Offensive der Italiener. Sechste Izonzo-Schlacht. 4.8. bis 9.8. 16. Italiener erobern Götz. Götz ist eine größere Stadt, um die es geht und zwar mittlerer Sieg für Italien. Siebte Izonzo-Schlacht. 14.9. bis 18.9. Viertage. Hier wird gesagt, Lapida, keine Veränderung der Frontlinie. Achte Izonzo-Schlacht. Drei Tage lang. 9.10. bis 12.10. 1916. Keine Veränderung der Frontlinie. Neunte Izonzo-Schlacht. 31.10. bis 4.11. 1916. Geringe Erfolge der Italiener. Zehnte Izonzo-Schlacht. Vierter, Fünfter bis Fünfter, Sechster, also eine lange Pause. 1917. Erfolglose Offensive der Italiener. Elfte Izonzo-Schlacht. Vierter, Vierter, Vierter bis 10.9. 1917. Italiener erobern das Dorf Silo. So, und an dieser Schlacht waren tausende Soldaten beteiligt und es gab tausende Tote. Jetzt haben wir die zwölfte und letzte Izonzo-Schlacht. Diese unterzeichnen, unterscheiden sich von allen anderen. Nämlich, passt du in die Idee, Steffen? Na, es gibt ein Ende. Mhm. Ja, ich habe mich jetzt nicht mit der zwölften beschäftigt, aber gibt es vielleicht neue Technologie? Nee, aber die Deutschen beteiligen sich und zwar mit dem Alpenkorr. Das sind spezielle Gebirgsverbände, die galten auch als Eliteeinheit der deutschen Armee und die bilden die 14. Armee und greifen zusammen mit vier österreichischen Divisionen im Hauptangriff an. So, und das ist, die haben deutsche Unterstützung diesmal, die Österreich, aus Österreich-Ungarn, die hatten vorher auch schon deutsche Verbände, aber es ist schon, gab es vorher nicht in dem Maße, dass halt konzentriert sieben Divisionen auf deutscher Seite, das sind circa round about 100.000 Mann, so die Größenordnung, können auch 20.000 mehr sein, aber ungefähr deutsche Truppen, die in Österreich-Ungarn helfen, eine Offensive durchzuführen. Und das heißt jetzt, dass dadurch, dass jetzt diese Deutschen mitmachen bei der 12. Isonzo-Schlacht, haben jetzt die Österreicher auch mal einen Sieg und der anscheinend so stark ist, dass die Italiener keine weiteren Schlachten mehr am Isonzo unternehmen wollen. Fast, ja und nein. Also, am 24. Oktober ist der erste Tag und das war eine Offensive, aber eine regional begrenzte Offensive. Also, die Offensive war nicht geplant, von Seiten der Mittelmächte Kriegsentscheidend zu wirken. Es gibt ja Offensiven, wo das klare Ziel ist, wir gewinnen den Krieg und gehen bis zur Hauptstadt. Das war hier gar nicht geplant. Also, das Ziel, diese Offensive waren Geländegewinne. Und am 24. Oktober rücken die verbündeten Truppen, also die Deutschen und die Österreich-Ungarn vor und sie sind selbst jetzt noch zahlenmäßig unterlegen. Italiener haben mehr Truppen, mehr Geschütze. Trotzdem erziehen sie am ersten Tag einen Durchbruch von 27 Kilometer in feindliches Gebiet und machen 15.000 Gefangene. Davon würde jeder An einem Tag jeder Offizier an der Westfront träumen. Ja, das ist 27 Kilometer am ersten Tag und 15.000 Gefangene und natürlich hat Italien, wie gesagt, die haben die Manpower, die führen umfangreiche Verstärkungen dran, aber die italienische Armee gerät nah an Auflösungserscheinungen, also die Reservisten fliehen, Italien ist auch extrem kriegsmüde und die deutschen Maschinen vor und das Angriffstempo steigert sich und die machen 250.000 italienische Soldaten als Gefangene. Das ist viel. Und die gehen mit 3.000 Geschützen sozusagen in die Offensive rein und ober nochmal 2.000. Also das ist ein militärisches Desaster für Italien. Die haben sozusagen der höchsten Klasse auch mental aufgegeben. Ja, das wären 307 Generäle und Offensiere in Italien ihres Kommandos enthoben. 307 Offensiere, also eigentlich die ganze Führung in Italien ausgetauscht. Also das ist ein Desaster und Italien ist wirklich dabei aus dem Krieg auszutreten vergleichbar wie Russland. Wenn das passiert, würde das wirklich dazu führen, dass der ganze Kriegsverlauf sich ändern würde, weil da wären sozusagen zwei Mächte aus dem Krieg ausgetreten und die Truppen an der Italienfront könnten sozusagen freigemacht werden für andere Sachen und die Ostfront ist ja auch schon sozusagen fast vorbei, weil klar, Russland ist noch im Krieg mit der provisorischen Militärregierung, aber es finden keine entscheidenden Schlachten mehr statt. Die sind da halt zu sehr mit sich selber beschäftigt. Korrekt. Und dann könnten sozusagen alle Truppen an anderen Stellen eingesetzt werden. Das passiert aber nicht. Der Vormarsch der Mittelmächte wird eingestellt, weil die Italiener bekommen natürlich umfangreiche französische britische Unterstützung, weil Amerika ist noch nicht in der Lage hier entscheidend einzugreifen und außerdem war die Offensive ja gar nicht als Durchbruch geplant. Das bedeutet, dass die Nachschubwege überdehnt sind und logistische Probleme sind, weiter vorzustoßen. Ja, das heißt, du kannst jetzt sagen, du musst dich dann entscheiden, entweder du könntest zwar jetzt noch weiter reingehen nach Italien, aber dann hast du das Problem, dass du dich nicht mehr versorgen kannst aus deinem Hinterland sozusagen. Ja, genau, das ist die 12. Insonzoschlacht, ein interessantes Kapitel finde ich, dieser Gebirgskrieg, dieses Alpengewitter und was auch interessant ist, es gibt einen Führer einer Infanterieeinheit, einen jungen Offizier namens Erwin Rommel, der hier auch sich zum ersten Mal positiv hervortut im Rahmen dieser Offensive. Erwin Rommel, ein bekannter Name, der noch mal im Zweiten Weltkrieg sich noch mal einen Namen machen wird als Wüstenfuchs. Hast du noch eine Frage zur 12. Die Sonne zur Schlacht? Zur Schlacht selber nicht, nur kannst du schon was zu den Konsequenzen sagen? Ja, im Wesentlichen die Offensive wird gestoppt, die Mittelmächte ziehen sich sogar stellenweise freiwillig zurück, Italien finden einen kompletten Wechsel der Militärführung statt und es müssen umfangreiche französische und britische Truppen in Italien stationiert werden, um Italien zu stabilisieren. Ich meinte, also ich meine, dass ich auch irgendwo schon den Satz gelesen hätte, dass Österreich-Ungarn über Frieden nachdenkt mit Italien. Ja, und Österreich-Ungarn gibt aus der Position der Stärke einen Frieden ans Gebot an Italien raus. Ich meine, wir wissen alle, was passiert ist, denke ich. Also die Italiener haben es nicht angenommen, weil der entscheidende Punkt ist, dass die Deutschen in Österreich-Ungarn nicht vorgekommen sind, aber die italienische Regierung hat ernsthaft darüber nachgedacht, ihre Regierung nach Neapel zu verlegen. Gut. Hier an der Stelle. Also da sieht man auch, Geschichte hätte auch anders ausgehen können und es gibt ja immer diese Hätte-Wäre-Wenn-Historiker-Fraktion. Die Glaskugel-Fraktion sage ich das immer, aber das ist eine der Sachen, die diese Glaskugel-Fraktion immer aktiv anstandert, dass die halt meinen, man hätte an der Stelle weiter marschieren müssen und da hätte man, also wenn man, hätte man entscheidende Wirkung erzielen können. Ja, aber wie gesagt, ich halte es auch für sinnvoll, dass man die Entscheidung traf, wir gehen jetzt, wir ziehen uns doch wieder zurück, einfach aufgrund dieser Nachschubwege. Also hätte-Wäre-Wenn-Historiker-Fraktion bringt halt auch immer keinen weiteren. Vor allen Dingen, selbst wenn es dann Italien militärisch besiegst, du musst es ja trotzdem auch besetzen, du kannst es ja nicht, irgendwie musst es ja, das Einzige, was dir was bringt, wäre ein Separatfrieden, weil ansonsten musst du das Land ja besetzen und die Truppen musst du erstmal haben und außerdem hast du dann an der Grenze zu Italien deine neue Front, sozusagen, nee, an der Grenze von Italien zu Frankreich hättest du dann deine neue Front, wenn Italien sozusagen fallen würde. Aber wir lassen dieses Glaskugel lesen. Ja, das bringt ja uns allen nicht. Genau, wir werden ja auch nochmal was verlinken auf unserer Seite dazu, zwölfte Isonzo Schlacht, letzte von zwölf und der Isonzo wird in diesem Podcast, denke ich mir, keine Rolle mehr spielen. Gut. Sonst noch was? Nö. Dann wollen wir wieder zu einem leichteren Thema kommen, Werbung vor 100 Jahren. Ja, gerne. Und zwar im Berliner Tageblatt vor 100 Jahren, wir werden es verlinken, denn es gibt die Version ja digital, gibt es mal wieder Werbung und ich habe hier etwas sehr Schönes gefunden, Luis, wir wissen ja vor 100 Jahren, Lebensmittelsituation war sehr angespannt im Deutschen Reich und da hat hier jemand eine Annonce in der Zeitung geschaltet. Wünschelrute. Bodenschätze wie Wasserquellen, Stein- und Braunkohlen, Kali, Erze, Erdöl und so weiter erforscht begabter Wünschelroutengänger. Dann hast du hier die Adresse Rudolf Mosse, Potsdamer, Rat 33. Und wir nehmen wirklich den Klarnamen. Ja. Wir trauen uns bei den Wünschelroutengängern aus dem Jahr 1917 den Klarnamen zu sagen, wir verschlüsseln ihn nicht. Ich denke, er wird uns das verzeihen. Ja. Und es kann natürlich sein, dass wir jetzt mit der Wünschelrouten-Lobby uns angelegt haben, aber ich fand, ich musste das einfach mit reinnehmen. Ich fand das sehr schön. Ich habe das noch nie vorher gesehen, dass jemand sich als Wünschelroutengänger in der Zeitung bewirbt. Aber zumindest gibt es heute auch noch. Es gibt wirklich Leute, die halt damit Wasser suchen und alles. Ja, stimmt. Gut, also Wünschelrouten, kein Phänomen der Neuzeit. Möchtest du eine der anderen zwei Werbungen noch vortragen? Ja, und zwar auch aus dem Berliner Tageblatt. Paradium. Radium-Leuchtmasse. Aus sich selbst dauernd lichterzeugend. vorzüglich geeignet für Leuchtuhren und so weiter. Einfachste Anwendung. Prospekt kostenlos. Radiumwerk der AG in Gräfenroda. Ja, ich finde auch dieses Bild so schön, was da drin ist. Man sieht eine Motte und man ist quasi von der Perspektive aus der, so Third-Person-mäßig hinter dieser Motte, die aufs Licht zufliegt. Auf das Paradium. Die Radium-Leuchtmasse. Ich fand das super. Ich habe noch mal andere Werbung gesehen, aber hier steht es ja auch. Das müssen sich anscheinend wirklich Leute auf ihre Uhren geschmiert haben, um denn nachts eine leuchtende Uhr zu haben. Wahnsinn. Aber auch Stefan vom damals TM-Podcast meinte ja auch mal, dass er durchaus noch die Zeiten miterlebt hatte, in dem man in einem Schuhgeschäft mit Radioaktivität geguckt hat, ob der Schuh denn passt, wenn ich zu groß oder zu klein bin. Und anscheinend sind die Leute vor 100 Jahren mit Radiomasse, Leuchtmasse, deutlich flexibler umgegangen als wir heute. Ja, das glaube ich. Gut. Ansonsten habe ich hier noch eine Zahnpasta-Werbung gefunden. Großartig. Also man sieht ja eine Frau mit einem strahlend weißen Lächeln. Sie sieht sehr glücklich aus und vor ihr ist die Zahnpasta namens Kalichlora. Kaiser Zahnpasta. Kaiser wird hier mit QU geschrieben. Kaiser. Köstlich erfrischend Kaisers Zahnpasta Kalichlora. Kalichlora. Das Schutzwort Kaiser verbirgt Echtheit. Vorsicht vor Nachahmung. Kaisers Zahnpasta Kalichlora wirkt zahnsteinlösend, desinfizierend und reinigt Mund und Zähne bei Jung und Alt. Überall erhältlich Hersteller Kaiser und Co. GmbH Hamburg 19. Aber Affenteuer eine große Tube kostet 1,50 Mark und eine kleine Tube 90 Pfennig. Ja. Affenteuer. Aber wer ein strahlend weißes Lächeln wie der Kaiser haben möchte bei so 100 Reichsmark Verdienst sagen wir mal okay vielleicht nehmen wir mal optimistisch ein bis zwei Prozent vom Bruttoverdienst jetzt kann jeder mal seinen Bruttoverdienst nehmen und davon einen Wert von ein bis zwei Prozent nehmen für den Preis einer Zahnpasta ist nicht sagen wir mal so ist jetzt nicht gerade geschenkt vom Bruttoverdienst ist halt auch die Frage wie groß diese Tube ist die wird hier halt überproportional groß dargestellt die war nicht so groß das war ja nicht nur so ein Fingerhut groß aber ich sag mal so die Leute hatten damals vor 100 Jahren ja auch weniger zu essen wenn du weniger isst musst du ja auch nicht so auf die Zähne putzen ja genau außerdem hast du dann mehr Geld für die Zahnpasta genau ja so das war der Werbeteil von vor 100 Jahren ja und wir sagen dass es Färbung ist ja es ist keine Schleichwerbung weil wir müssen ja auch von irgendwas leben wir müssen ja auch irgendwie andere preisen Teppiche an wie Zahnpasta Kalichlora oder Radium diese Werbung sorgt dafür dass hier die Lichter angehen bei uns in der Sendung ja es kommt 100 Jahre zu spät aber es kann ja nicht jederzeit aktuell sein ja heute kann jeder heute kann ja jeder so kommen wir doch mal zum nächsten Thema soll ich das wie in der Tagesschau machen ja USA so das ist das neue Thema USA Steffen hat gerade USA gesagt und mich angeblitzelt genau und ich habe nicht verstanden was er von mir will die sagen doch in meiner Tagesschau so Rotterdam und dann kommt die Meldung okay dann sag mal okay USA aber genau die USA ist ja seit April diesen Jahres im Weltkriegsgeschehen als aktive Partei dabei und bereitet sich darauf vor auch tatsächlich einen Fronteinsatz durchzuführen und jetzt kommen mir interessante Meldungen die ich gesehen habe und zwar hat die USA jetzt erstmal damit begonnen Handelsschiffe zu enteignen die in US-amerikanischen Häfen sind und zwar beschlagnahmen sie Handelsschiffe die mehr als 2500 Bruttoregistertonnen Kapazität haben und wenn dort auch in den Werften Schiffs Neubauten stattfinden auch von anderen Regierungen dann wird die von der USA beaufsichtigt und dass einfach so Handelsschiffe auch von anderen Regierungen enteignet werden das findet Großbritannien und auch Frankreich die ja jetzt in diesem Krieg mit USA verbindet sind das finden die nicht so toll kann man sich ja vorstellen und die fordern die sofortige Herausgabe ihrer Schiffe und die US-Amerikaner die sind jetzt total empört warum naja weil ja diese Schiffe die sollen ja dafür benutzt werden um kriegswichtige Materialien oder auch Männer nach Europa zu transportieren ja also zu diesem anderen Kontinent wo ja dieser Krieg ist genau das geht ja gar nicht und ich finde ja die Stellungnahme von den US-amerikanischen Schiffsfahrtbehörde von der Behörde finde ich sehr interessant die weist nämlich darauf hin dass die Anträge also die weist die zurück die Anträge von Großbritannien und Frankreich mit der Aussage mit dem Akt der Beschlagnahmung seien die Schiffe bereits im Besitz der USA übergegangen das muss man sich erstmal leisten das ist mit seinen Verbündeten so umzugehen ja gut die wissen auch die brauchen die also Frankreich und auch England also England ist Pleite und Frankreich ist extrem kriegsmüde und ohne Amerika können die einpacken ja ich finde die USA leistet sich noch ein anderes großes Ding also wenn man sich fragt Amerika ist doch ein Krieg was machen die jetzt eigentlich genau das genau das machen die die machen noch was anderes denn es gibt ja durchaus in Europa viele neutrale Staaten die noch nicht im Kriegsgeschehen aktiv mitkämpfen so zum Beispiel auch die Niederlande oder auch die Schweiz oder auch die Schweiz oder auch Spanien genau und Schweden und die USA sagt jetzt zu diesen neutralen Ländern dass sie vor allem zu den zu den Niederlanden und den skandinavischen Ländern dass sie bitte den Handel mit der mit dem deutschen reich einstellen sollen und vor allem sagen sie das zu Schweden die jetzt vor kurzem ein kleinen ein Abkommen mit dem deutschen reich unterschrieben haben dass sie an das deutsche reich nämlich phosphor haltiges eisenerz ausliefern wollen also die schweden will das deutsche reich versorgen mit phosphor haltigen eisenerz und die USA sagt das schweden soll das bitte unterlassen und wenn schweden das nicht macht dann wird die USA schweden nicht mehr mit lebensmittel versorgen also boykottieren und das ist gerade in schweden ein heikles thema weil dort auch lebensmittel knappheit herrscht vor allem brot und das fand ich eine interessante rolle dass die USA so mit diesen neutralen ländern umgeht denn wenn wir uns mal zurück erinnern als die USA noch nicht im krieg drin war da haben wir öfter mal meldungen gehabt dass das deutsche reich amerikanische hefen angefahren hat um dort lebensmittel einzukaufen oder Waffen tadelt jetzt verhalten dass sie vor ein paar monaten kann man sagen selber noch gemacht hat vor allen dingen zum thema essen es gibt ja auch vereinbarungen wie man sich zu verhalten hat im krieg und blockaden von nahrungsmitteln sozusagen hungerblockaden sind sozusagen kriegsverbrechen ist ja auch das was die engländer machen mit dem deutschen reich ist ja ein bruch gegen das internationale recht dass sie halt die nordsee blockieren und sozusagen verhindern dass essen und kriegswichtige rohstoffe nach deutschland geliefert werden das ist genauso ein bruch wie der unangeschränkte u-boot kriegt das ist immer sehr doppel moralisch und es wird sozusagen ein neutrales land mit hunger bedroht nur weil es handel betreibt mit deutschland das hat doch in schweden eine große diskussion ausgelöst danke was jetzt eigentlich was es eigentlich heißt neutral zu sein nicht neutral zu sein und so weiter da sieht man es halt wie schwierig es ist die sozusagen dass es kein schwarz oder weiß gibt oder sowas es gibt kein gut oder böse ja fand ich interessant eine andere Meldung die wir jetzt in den USA haben ist wie gesagt April sind sie eingetreten und man tritt ja nicht einfach in den Krieg ein und hat dann sofort seine Soldaten an der Front vor allem nicht wenn da noch so ein großer atlantischer so ein großer Atlantik da der große teich dazwischen ist und vor allem die USA die haben nur 100.000 Mann Armee die haben nicht mal Division also eine Division ist in den Größenordnungen von 10.000 15.000 16.000 Mann je nachdem welcher Armee welcher Zeitpunkt und die haben das nicht mal Division in Amerika weil quasi deren Armee so klein ist und das Land so groß und die müssen jetzt sozusagen erstmal massiv aufrüsten genau und was wir jetzt so Zeit April haben ist dass erstmal überhaupt im Juni diesen Jahres sind die US-amerikanischen Truppen in Europa gelandet und haben dann das waren 30.000 Mann und haben sich dann mussten dann noch teilweise ausgebildet werden und wenn du so eine Division noch nicht mal eine Division hast dann musst du dich sozusagen mit den anderen Soldaten der anderen Nation mit denen du zusammen kämpfst musst du dich ja vermischen und jetzt seit Oktober 21. Jahrzehnte haben sie es tatsächlich geschafft die ersten US-Soldaten zur Front zu bringen die sind da an der Lothringischen Front an der Mosel und dabei handelt es sich um 195.000 Mann schon ordentlich aber ist auch immer noch nicht so viel und das führt halt dazu dass dadurch dass die Generäle schätzen dass sie wahrscheinlich als nächstes Jahr die volle Mannstärke haben werden in der Front genau die deutsche oberste Hiresleitung hat ja sogar erst mit 1919 gerechnet führt dazu dass die Amerikaner zusammen gelegt werden mit Briten und Franzosen und das fanden die Generäle teilweise nicht so gut und vor allem auch ein General nämlich General Pershing und da wurde ich etwas hellhörig sein Adjutant sein junger Adjutant George S. Patton der damals 31 Jahre alt war Patton ein sehr wichtiger amerikanischer General der auch noch im Zweiten Weltkrieg eine große Rolle spielte war damals gerade mal 31 Jahre alt und noch Adjutant man muss sich das vorstellen was die Amerikaner gemacht haben die haben auf eigenständige Einheiten verzichtet sozusagen die haben gesagt okay wir schießen einfach unser Zeug da rein und die Autant kann darüber frei verfügen sozusagen das ist natürlich man verzichtet ja da auch viel Einflussnahme genau so viel zu den Amerikanern die sind jetzt tatsächlich mal an der Front angekommen und fangen jetzt dann mit zu kämpfen ja sehr gut also ihr seht in der Zeit von vor 100 Jahren das passiert viel und ich würde auch sagen dann haben wir noch die letzte Meldung mit den Reichskanzler genau den haben wir noch das stimmt zum Zeitpunkt des Kriegsausbruchs 1914 hatten wir einen Reichskanzler namens Bettmann Holwig korrekt den hatten wir richtig lang bis vor drei Monaten ja Bettmann Holwig hat sehr hat hat sich ausgezeichnet dass er vor allem am Anfang sehr viele kuriose Gesetze auch in Berlin erlassen hatte die auch was mit den neuen Frauen und so weiter zu tun hatte dass sie nicht begafft werden sollten und jetzt vor einigen vor einiger Zeit ist er zurückgetreten ja er war auch sozusagen am Ausbruch des ersten Weltkriegs direkt mit involviert Bettmann Holwig wir haben ihn ja mal sozusagen auch charakterisiert in einer unserer vergangenen Folgen ein Zertiefs von Pflichterfüllung und aber auch Selbstopferung gezeichneter Charakter der extrem kompetent war einer der besten Beamten des Startapparats und auch interessanter Menschheit war und eigentlich auch nicht so historisch eigentlich viel zu schlecht wegkommt und der aber manchmal zu pflichtbewusst ist also der hat halt sozusagen gegen seine Überzeugung gearbeitet wenn er halt der Auffassung war mit seinen richtigen Ideen würde er jetzt beim Kaiser oder bei der obersten Heeresleitung nicht durchkommen und er hat auch auf langer Sicht den Machtkampf verloren gegen die oberste Heeresleitung und das sieht man auch daran dass er zurücktreten musste und die oberste Heeresleitung sind ja Hindenburg und Ludendorff er trat zurück das ist eine längere Geschichte die wir jetzt hier auslassen aber sein Nachfolger war Georg Michaelis ein deutscher Jurist und Politiker wer kannte ihn nicht also ehrlich gesagt ich kannte ihn nicht ich auch nicht und das war auch jemanden der völlig unbekannt war ja der war weitgehend unbekannt und er hat auch selber gesagt Zitat Georg Michaelis ich bin bisher als gewöhnlicher Zeitgenosse neben dem Wagen der großen Politik hergelaufen und habe mich nur wie ein Zeitungsleser auf dem Laufenden zu halten gesucht also er war quasi Zeitungsleser und er wurde sozusagen der Nachfolger von Bismarck das ist unvorstellbar dass das so jemand den Nachfolger von Bismarck und Bettmann-Holwig führt er war schon Beamter in Preußen er war Unterstaatssekretär im Finanzministerium und übernahm bei Ausbruch des ersten Weltkriegs die Leitung der Reichsgetreidestelle das das wäre vergleichbar das wäre wie wenn man uns jetzt zum Bundeskanzler machen würde glaube ich wahrscheinlich genauso politisch erfahren wie Michaelis man weiß es nicht ja und das ist jetzt die Frage nochmal also wie würdest du denn jetzt so einschätzen was glaubst du wie dieser Michaelis so politisch gebildet war kannst du da was aussagen zu oder ist das sehr schwierig na also er war auf jeden Fall er hat studiert Rechtswissenschaft er war von seiner Art konservativer und er war für eine offensive Kriegspolitik so ein treuer Beamter der seinen Job gemacht hat so einer war das aber da auch konservativ und für offensive Kriegsziele also sozusagen die perfekte Marionette man könnte es so sehen ja weil jetzt ist halt die Frage okay warum wird jetzt der der Getreidespezialist in der Regierung auf einmal der Nachfolger von Bismarck also weil dem Namen nach ist Deutschland eine Republik also du meinst eigentlich wenn man mal korrekt warte mal ich habe gerade erstmal einen Fehler gemacht Deutschland ist keine Republik Deutschland ist ein Reich und ein Monarchie Fehler so ja jetzt du du meinst eigentlich auch den direkten Nachfolger von Wettmann Holwig aber natürlich auch von Bismarck weil der indirekt ich sag das halt nur quasi welchen Job dieser Georg Michael hat also der wurde nach Wettmann Theobald von Wettmann Holwig wurde er sozusagen der neue Reichskanzler und jetzt ist halt die Frage wie wird der wie wurde der Reichskanzler und er wurde Reichskanzler im folgenden Verfahren man muss aber beachten das hat sein Vorgänger so gesagt weil sein Vorgänger ist ja jetzt nicht ganz neutral dabei aber wenn das das ist eine sehr interessante Geschichte und zwar Stereo Beidmann Hedmann Holwig sagt im Wesentlichen dass Hindenburg und Ludendorff Michaelis vorgeschlagen haben dem Kaiser und der Kaiser kannte den überhaupt nicht wurde aber sofort akzeptiert der Kaiser kannte ihn überhaupt nicht wurde aber sofort akzeptiert ja genau also er kannte ihn schon wahrscheinlich aber nicht wirklich er hat ihn sofort akzeptiert weil Hindenburg und Ludendorff ihn vorgeschlagen hat also man sieht halt daran wo die Macht liegt im deutschen reich in der Zeit heute vor 100 Jahren in der Vergangenheit nämlich bei der obersten Heeresleitung bei Hindenburg und Ludendorff wir haben damit faktisch eine Militärdiktatur und die zivile Regierung hat relativ wenig zu sagen und er war damit aber Reichskanzler auch im Reichstag dann im Vorstand der zivilen Regierung und denke ich mir wenn die beiden bestimmt werden und der neue Reichskanzler wird haben die zumindest jemand genommen der ihnen nicht gefährlich werden kann und das war wahrscheinlich hier unser Georg Michaelis und warum erzählen wir das jetzt eigentlich weil der ist jetzt wieder abgetreten okay und im Wesentlichen wollen wir mal auf einen Minister einen Reichskanzler eingehen von Deutschland also es ist einer der Reichskanzler in Deutschland innerhalb der letzten 100 Jahren und kein Mensch kennt ihn und er hatte trotzdem viele wichtige Einflüsse weil es gibt das wieder unter Historiker und die Glaskugel Fraktion und sozusagen es gab eine Friedensrelation des Deutschen Reichstages am 19. Juli 1917 die besagt uns treibt nicht Eroberungssucht zur Verteidigung unserer Freiheit und Selbstständigkeit für die Unversehrtheit seines Besitzstandes hat Deutschland die Waffen ergriffen der Reichstag erstrebt einen Frieden der Verständigung und der dauernden Versöhnung der Völker mit solchen Frieden sind erzwungene Gebietserwerbungen und politische wirtschaftliche oder finanzielle Vergewaltigung unvereinbar das ist eine Resolution des Reichstages vom 19. Juli 1917 und das ist genau auch die Zeit wo dieser Georg Michaelis sozusagen Reichskanzler war und diese Friedensresolution war mit diesem Reichskanzler der so schwach war und vor allen Dingen auch diese Meinung nicht teilte und auch sehr hörig Hindenburg-Ludendorf und immer war nicht umsetzbar und ja das ist halt die Glaskugel-Fraktion der Historiker sagt wieder wäre da jemand anders gewesen vom Format hätte diese Relation vielleicht Erfolg haben könnte hätte wäre hätte wäre Fahrradkette sagt man immer Tatsache ist der war nur vom 14. Juli bis 31. Oktober 1917 Reichskanzler Georg Michaelis ich denke mal er wird wieder Vergessenheit geraten wir werden ihn trotzdem verlinkt wir haben über ihn gesprochen genau worüber wir gleich noch sprechen werden ist die Totholz Rubrik ich will mal Fabrik sagen ich weiß gar nicht warum und da wirst du wieder etwas aus dem Tagebuch von Harry Graf Kessler vorlesen nehme ich an und ich habe eine weitere Episode von Last Post ein weiterer Veteran der seine Geschichte erzählt herzlich willkommen zur Totholz Rubrik wir haben ein Teil mit Harry Graf Kessler und du hast Last Post von Max Arthur ja Harry Graf Kessler wer kennt ihn nicht der Tausendsasser des ersten Weltkrieges jetzt geht das wieder los der James Bond nur 100 Jahre aus der Vergangenheit er ist in der Schweiz er versucht einen Frieden zu vermitteln er hat Millionenbudget des Deutschen Reiches und versucht mit kultureller Propaganda Wissen zu ermitteln und Berichte nach Berlin zu schreiben und den Einfluss auf die Dinge zu nehmen also ich muss sagen deine Ankündigungen werden immer besser ist jetzt mittlerweile schon erträglich ja und ich wurde auch korrigiert Tausendsasser nicht Tausendsasser ich danke nochmal dem Zeitreisenden der mir das gesagt hat ob er Tausendsasser hat weiß man nicht nein hatte ja steht da was in seinem Tagebuch darüber jedenfalls am 15. Oktober 1917 das ist das heutige zwei Wochenintervall am 15. bis zum 28. ist er in Montrö das ist irgendwo in der französisch sprachigen Schweiz und was macht er das und zwar er redet mit lokalen Leuten und die reden natürlich also die reden über den Krieg wer hätte es gedacht und er er bekommt so einen Einblick in die Gefühlslage der Franzosen das ist ja französisch sprachige Schweiz und er kann fließend französisch er schreibt in sein Tagebuch auch leider auch französisch was das Lesen dieses Tagebuchs nicht einfacher macht weil es gibt hier auch keine Kommentare in meiner in meiner Werksausgabe für französisch die die setzen voraus dass man französisch einfach lesen kann ja ja vielleicht machen ich muss ich muss ganz ehrlich sagen ich kannte sie nicht jetzt möge mich deinige nicht weil sie hat einen ich kannte sie auch nicht sie hat sehr lange gelebt aber sie hat sehr viele Bücher geschrieben und sie war eine Pazifistin hast du da so eine Liste steht da irgendwie so was was das so viele Bücher sind sind das eher so Romane oder Lach und Sach Sachgeschichten oder Romane Biografien Essays Erzählungen und Skizzen Novellen auch steinweise auch französisch sie hat sich immer zeitlebens für die deutsch-französische Freundschaft eingesetzt das sieht mir alles sehr intellektuell aus wir lassen das jedenfalls noch ganz kurz wann ist sie gestorben würde mich gerade interessieren 1967 in München hat doch noch so alt geworden die wurde 93 1870 Baujahr also die war jetzt auch schon zu dem Zeitpunkt 47 Jahre alt die hat einen Bären getroffen und die hatten ein sehr interessantes Gespräch das nimmt eine Seite ein was halt spannend ist sie käme soeben aus London und Paris zurück und sie sie sagt wie es ist in den beiden Städten und das finde ich interessant ich zitiere das Leben in beiden Städten namentlich aber in London sei nie toller und üppiger gewesen als jetzt die Luftangriffe auf London ängstigen zwar die Leute ja machten einzelne ganz verrückt bestärkten aber die Massen in ihren Kriegswillen die Engländer wollten jetzt keinen Frieden weil sie Deutschland ein für allemal ausperzen wollten vor anderthalb Monaten hätten sie vielleicht einen Augenblick geschwankt damals hätte eine klare Erklärung über Belgien die Radikalen und Kriegsgegner so gestärkt dass möglicherweise Floyd George der Regierungschef gefallen wäre jetzt sei der Moment aber vorbei so das ist die Einschätzung von über die Lage in London da entgegnete da hat er entgegnet aber das hätte doch genau Kühlmann also dieser Staatssekretär im Auswärtigen Amt versucht und er hat sozusagen durchblicken lassen dass er über Belgien mit sich reden lassen würde und es kam keine Reaktion und jetzt würde er das Thema auch nicht mal ansprechen wollen weil jetzt das nochmalige Anbieten als Zeichen von Schwäche bedeutet werden könnte und das meinte auch Annette Kolb das nicht nochmal angesprochen werden sollte dass man in Belgien zu Kompromissen bereit wäre weil das würde nur als Schwäche verstanden werden also ein durchaus interessantes Gespräch dann zu Italien weil die verlieren ja gerade die 12. Ison zu Schlachten haben wir ja gerade gelernt die sagen die sagt auch Annette Kolb wie sagt sind alles Zitate aus diesem Buch ich möchte sie einfach nur so wiedergeben weil das spannende Einblicke sind was die Zeitgenossen denken das heißt nicht dass das alles stimmen muss wahrscheinlich stimmt es eben nicht das ist ja sozusagen in Echtzeit ist ja auch nur ein Tagebuch kein wissenschaftliches Lehrbuch Italien könne keinen Sonderfrieden schließen weil England gedroht habe den Suus und Gibraltar zu sperren und Italien auszuhungern irgendwie ist das so eine generelle Masche gerade vor 100 Jahren weil wir hungern einfach alle aus genau in Frankreich sei im Gegensatz zu Volk sehr kriegsmüde trotz Amerika er habe selbst gehört wie Soldaten sagen es sei ihm ganz gleichgültig ob Guillaume oder Poincaré in Paris herrsche wenn nur Frieden sei aber die Regierung wolle den Krieg weiterführen und gegen die Regierung die Maschinengewehre habe könne das Volk nichts ja und das waren die Gespräche dann ist er an Bern geblieben nochmal ein Abstecher nach Lausanne und am 20. Oktober war er wieder in Bern und hat mit jemandem namens Deutelmoser gesprochen und einen Karl Vollmüller und das sind auch wieder Persönlichkeiten die man natürlich kennen muss Karl Vollmüller also der hat so viel gemacht da hat die Zahlen nicht gereicht in meinem Programm der war Archäologe Philologe Lyriker Dramatiker Schriftsteller Drehbuchautor Übersetzer Pionier des Automobilbaus Flugzeugkonstrukteur Pionier des Stumm und Tonfilts Unternehmer und Reformer des deutschen europäischen amerikanischen Theaters und zeitweise Politiker Wiederwillen Also heutzutage würde man sagen irgendwas mit Medien Ein Tausendsasser Ein Tausendsasser Geboren 78 in Stuttgart gestorben in Los Angeles zu einem viel späteren Zeitpunkt der Karl Vollmüller mit denen hat er sich auch unterhalten und Und was kam da so raus bei diesen Gesprächen Und der hat nur gesagt dass er mit ihnen gegessen hat Also die Aussage ist die er hat mit den Deutelmoser das ist jemand der es heute vergessen hat geraten und diesen Karl Vollmüller gegessen und er hat mit er hat mit denen darüber gesprochen und zwar mit seiner Idee mit seiner Idee Elsas Lothring sozusagen von diesem monarchistischen Reichsland rauszunehmen und daraus eine Art Republik zu machen Das ist ja seine Idee zum Frieden zu kommen Also dass das weder Frankreich noch Deutschland gehört Nein es bleibt Teil Deutschlands aber das ist sozusagen nicht so ein Reichsland was dem Kaiser untersteht sondern bekommt eine wird eine republikanische Verfassung vielleicht heißt das aber auch dass das jedenfalls das soll Republik werden ob es ein marinierte Deutschland ist oder ob es unabhängig ist oder Teil Deutschlands als Republik sei dahingestellt aber die Idee ist halt Elsas Lothring sozusagen unabhängig zu machen symbolisch abschotten dass es symbolisch zumindest etwas etwas autonomer ist auch die Franzosen einzugehen dass es autonomer ist wie auch immer man das macht und er sagt halt nur dass Deutel Moser zugestimmt hätte und Karl Vollmüller was er dazu gesagt hat sagt er hat gar nichts wahrscheinlich hat er nur gegessen wer weiß vielleicht ist es auch jemand der sehr gerne berühmte Namen sammelt wer weiß so ein bisschen ich finde so Harry Kessler wirkt auf mich wie der aus Harry Potter dieser eine Professor der alle wichtigen Persönlichkeiten sammelt und davon Slughorn genau ja Slughorn aus Harry Potter großartig wie Slughorn beschrieben wird genau also unser Slughorn hier war mit Karl Vollmüller Essen er beschreibt auch lapidar 23. Oktober 1917 Dienstag Bern Nachmittags Versöhnungskaffee mit dem Kunstprofessor Wesel was war denn da los der hatte ihn angegriffen wer wen also wese ihm den Harry Graf Kessler also mit Harry Graf Kessler sollte man sich nicht anlegen der kennt ja zahlreiche Leute zumindest Versöhnungskaffee aber ich möchte da auch nicht auf die Detail aber damit ist es halt voll was noch interessant ist am 26. 27. Oktober erzählt er von der Schlacht Amisonzo der 12. Schlacht wir wissen ja 250.000 italienische Gefangene er redet am 26. Oktober von 30.000 und am 27. von 60.000 also kennt er also nennt er hier kleinere Zahlen und also vorhin ich habe es mitbekommen als Luis das gelesen hatte es kam in ein kleines Lächeln über die Lippen als er gemerkt hat dass Harry Graf Kessler die Situation hier falsch eingeschätzt hat weil wenn man dieses Tagebuch sieht manchmal denkt man sich meine Fresse was lebe ich eigentlich für ein bedeutungsloses Leben ja wenn man das liest was der alles so macht den ganzen Tag aber wenn dann mal sowas passiert dann weiß ich nicht da hat man so einen kleinen Moment der Schadensfreude auch wenn das keine besonders schöne Charaktereigenschaft ist der Genugtuung man ist halt so es tut ja hier kein weh es hört ja auch keiner mit wir sind ja unter uns nein Harika Kessler der konnte schon viel und das macht es ja auch zu spannend und es ist gut dass er sein Leben geteilt hat für die Nachwelt ja sehr gut übrigens generell liebe Leute schreibt Tagebuch ja immer immer sehr gut um das Leben zu strukturieren und bitte ruft uns an dann können wir auch hier einspielen und ihr werdet niemals in Vergessenheit geraten weil diesen Podcast hört man auch in 100 Jahren und in 500 Jahren ihr seid dann sozusagen ein Teil des kulturellen Gedächtnisses der Menschheit übrigens apropos 500 Jahre ist es gerade die aktuelle subscribe wieder in München glaube ich ja die ist in München ja und da ist die ganze Podcast Szene wir waren ja auch schon mehrmals da aber nur hier in Berlin nach München wollten wir nicht fahren wir grüßen aber alle die da sind als wir noch da waren hieß das noch Podlove Podcaster Workshop ja 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 wir gehen auch beide auf die 30 zu wir werden schon alt ne ja übrigens ich nehme noch einen Schluck Bier und wir haben ja heute Bier aus Österreich aus dem Sillertal eingegossen in Weißweingläser ja es war das letzte Bier was Louis hatte und der hat es teilen wollen ja genau Prost Louis und Dankeschön gerne Steffen und Steffen jetzt kommen wir zu deinem Totholsteil ja mein ja mein Totholsteil ich rede heute über Harry Patch und Harry Patch ich habe mitbekommen hier sind ja eigentlich auch Bilder drin ich könnte dir ja zum Anfang erst mal ein Bild zeigen von Harry Patch das ist Harry Patch muss mal schauen sicherlich gibt es irgendwo auch noch verlinkten Bild den können wir auf die Webseite packen man sieht so ein typisches Veteran Bild hier ist auch nochmal der sieht aber noch ziemlich rüstig aus finde ich also der muss ja auch schon über 90 sein da auf dem Bild das hier ist das hier ist Fred Lloyd der eigentlich hätte ich den letztes Mal wo ich dann aber verhindert machen wollen ich hab mich jetzt auch entschieden doch Harry Patch zu machen und Fred Lloyd zu übergehen weil er doch nicht so interessante Dinge oder besser gesagt nicht so neue Dinge zu erzählen hatte die wir noch nie gehört haben oder noch nie gelesen haben von anderen aber heute ist Harry Patch dran er war private in Dukes of Cornwell Light und er wurde 111 111 ja also das ist eine Schnappzahl also geboren am 17. Juni 1898 gestorben am 25. Juli 2009 das heißt als der Krieg ausbrach war er 16 Jahre alt und ja so viel über seine Kindheit das lasse ich diesmal weg wir springen mitten rein ins geschehen er hat sich gemeldet ist 18 Jahre alt 1916 und befindet sich in der Ausbildung in Großbritannien und erzählt dort wie er Ziel schießen machen muss und um ein bisschen so einen kleinen Eindruck zu bekommen was er so wie er so war damals und was er so dachte er sollte also aus ich glaube 500 Metern Entfernung ein Ziel treffen und er meinte wenn man dieses wenn man eine bestimmte Punktzahl erreicht hat dann hat man einen so einen Titel den ich jetzt nicht kannte aber ist auch egal man hat einen bestimmten Titel einfach bekommen man war dann der König des Tages ja und hat dann auch noch bestimmte Vergünstigungen bekommen man hat noch einen Sixth Day bekommen weiß ich jetzt nicht heißt es jetzt Sixth Day einen Tag mehr bezahlt oder heißt es einen Tag mehr frei oder so ich würde sagen vielleicht einen Tag mehr bezahlt kam leider nicht mehr so ganz raus aus dem Kontext jedenfalls hat er sich bemüht dieses Ziel zu treffen hat zweimal in die Mitte getroffen ins Bullseye und die restlichen zwei Male er hatte seine Punktzahl schon erreicht hat er einfach irgendwo hingeschossen er weiß noch nicht mal ob er überhaupt die Zielscheibe danach getroffen hat und er war gar nicht mal an diesem Titel interessiert sondern einfach nur an diesem Sixth Day das fand ich ist so erstmal so man kriegt man einen ganz guten Eindruck also dieser Mann der hat es eigentlich drauf er trifft einfach ins Bullseye aber aus 500 Metern hat sein Ziel erreicht also aus 500 Metern mit den damaligen Gewehren ohne Ziel Fernrohr man weiß steht hier nicht genau drin mit was er geschossen hat aber das wird das wird so ein also die die britischen also die die britischen Militärgewehre der damaligen Zeit waren den deutschen Karabinern nicht unter nicht nicht anders also Steffen die hatten garantiert kein Zielfernrohr und das waren halt Karabiner also die musste man dann sozusagen nachziehen in den Lauf die Patrone 550 und ja genau also steht halt nicht drin mit was er geschossen hat und hier ist nochmal der Titel ja Marxman ist einfach das ist jetzt kein militärischer Titel ist einfach nur man war denn der König des Tages ja sowas wie Falkenauge oder so so genau und dann soviel zu seinem Training wir springen gleich mal rein nach Frankreich was hat er eigentlich gemacht im Krieg wir hatten ja schon verschiedenste Tätigkeiten der anderen Teilnehmer das waren immer so welche die eher so an der Versorgungslinie auch waren und der war bei der Light das ist ja die leichte Infanterie genau ja leichte Infanterie das sind die die an der vordersten Reihe sozusagen Erkundungs- und Scout-Aufträge durchführen also der müsste an der vordersten Front gewesen sein ja genau also er hat jetzt keine Scout-Aufträge gehabt aber er war an der Lewis Gun das war ein damaliges Maschinengewehr Lewis Gun war das englische Standardmodell der Armee es war ein vollautomatisches Maschinengewehr was halt quasi richtig schwer war die haben so 30 Kilo gewogen und haben mehrere hundert Schuss dann sehr sehr hohe Vollgeschwindigkeit aber du brauchst es mehrere Leute um die Dinger zu bedienen genau da hast du schon mir die richtige Überleitung gegeben denn er war Nummer zwei genau also dann war er der der es gab immer einen der gezielt hat einen der geladen hat und einen der den lauf ausgetauscht hat wenn es zu heiß war er war Nummer zwei also Nummer eins hat auf jeden Fall gezielt und gefeuert und Erz Nummer zwei musste für den Nachschub sorgen ich denke mal er meint damit dass immer genügend Munition da war er musste diese Ketten da einlegen genau das stelle ich mir darunter vor so hat er das das klang auch danach wie er das so beschrieben hat er war Maschinengewehr Schütze an der Westfront vorderste Front der leichten Infanterie und er beschreibt so seine Erfahrungen auf dem Schlachtfeld unter anderem an seinem neunzehnten Geburtstag also am siebzehnten Juni siebzehn und da war ein Paschendale und der war ein Paschendale am neunzehnten also das tut mir immer so leid wenn ich das höre dass ihr so blutjung Paschendale kennt man zumindest so ein bisschen das war eine furchtbare Schlacht also das ist so ein da will immer nicht gewesen sein und er war zwar vor Ort meinte aber er hatte Glück weil er das er war halt nicht im Gefecht drin sondern hat es mit angesehen was halt auch nicht so schön ist aber zumindest war er nicht in dem Gefecht drin und die Situation beschreibt der wie folgt dass die Deutschen voll beschossen wurden und sie wurden so hart und heftig von von den Briten beschossen dass irgendwann der Ohren auf die Deutschen zu und die Soldaten fangen also an zu den deutschen Schützengräben vorzulaufen und auf einmal kommen die Deutschen aber wieder hervor und schießen mit ihren Maschinengewehren alles nieder was sich da irgendwie bewegt und es gibt es ein riesiges Massaker und da sagt er auch das wird ja auch sein Leben nie vergessen unter anderem beschreibt er noch eine weitere Situation wie er an dieser Lewis Gun halt gerade seinen Dienst hat und sie schießen auf Deutsche und ein Deutscher kommt auf einmal auf sie zu sie ist erst sehr er ist ziemlich nah herangekommen selber hat er keine keine Waffe mehr also keine Patrone mehr sonst hätte er nämlich dieser Deutsche auf die auf den Harry Patch geschossen er kommt halt mit einem Messer auf sie zu und Harry Patch hat nicht viel Zeit er muss nachdenken was was er machen soll und entschließt sich dem Deutschen in die Schulter zu schießen der Deutsche fällt erst mal um rappelt sich aber wieder auf und rennt weiter auf die Lewis Gun zu wahrscheinlich wollte er es war sehr matschig die Lewis Gun das vermutet zumindest Harry Patch in seiner Erinnerung wahrscheinlich wollte der Deutsche diese Lewis Gun ummeißen in dem Modder weil sie dadurch unbrauchbar geworden wäre zumindest für diesen Einsatz also rennt der Deutsche weiter auf Harry Patch zu und auf die Lewis Gun und entscheidet sich den Deutschen ein bisschen also ins Bein zu schießen so ein bisschen oberhalb vom Knie sodass er halt nicht stirbt aber auch nicht weiter kann dann dachte er sich sein Gedanke war ihn jetzt nicht zu töten sondern ihn so zu verwunden dass er nicht mehr weiterlaufen kann damit er dann später sozusagen abgeholt wird und dann in ein Lager kommt und da macht er jetzt eine ganz interessante Aussage nämlich dass er generell und auch Nummer 1 also der der an dieser Lewis Gun gezielt und gefeuert hat dass sie immer probiert haben die Leute nicht zu töten sondern möglichst tief gezielt haben also so auf die Beine dass die Leute nicht mehr weiter können aber nicht getötet werden das wird so dargestellt und aufgeschrieben in diesen Last Post und wie gesagt der Max Arthur meinte ja dass er da jetzt nicht viel wertet in dem Buch dass er es einfach niederschreibt hier und da musste er mal Korrekturen machen wenn irgendwie zeitliche Abläufe durcheinander kamen offensichtlich durcheinander kamen und wenn man jetzt aber selber mal ein bisschen wertet ich kann mir vorstellen dass es so ein bisschen dass dass man sich das einredet ich habe mir ist nicht bewusst dass ich in diesem gesamten ersten Weltkrieg irgendjemanden einen Deutschen getötet hätte ist eine starke Aussage wenn man bedenkt der war in der Lewis Gunn mit dabei die sagt es bereits eine sehr hohe Schussrate hat man kann gar nicht genau zielen mit diesem Ding weil das einfach so einen starken Rückstoß hat man kann es selber sagen ich ziele jetzt nach unten aber auch dort fallen es fallen mal Deutsche um die vielleicht oder krauchen am Boden rum also man trifft auf jeden Fall ich kann es mir nicht vorstellen wir sagen es einfach anders das ist ein alter Mann und wir waren nicht dabei wir können es nicht beurteilen wir lassen das so stehen und wir waren nicht dabei und fertig ich möchte darauf hinweisen ich würde aber auch jetzt als Wissenschaftler wäre ich Wissenschaftler was wir ja Gott sei Dank nicht sind würde ich meine Zweifel anmelden ich halte das eher als so eine Art ich vermute dass er damit sein Gewissen besänftigen wollte und dass er wahrscheinlich auch dadurch so alt geworden ist ja also genau den Toten Deutschen hilft er ja auch nicht wenn er sich schuldig führt er ist genauso Opfer wie die Toten Deutschen er konnte ja auch nichts für kommen wir weiter weiteres geschehen das möchte ich jetzt nicht so ausformulieren weil wir das auch schon sehr sehr oft hatten er beschreibt die Ratten und Flöhe Ratten so groß wie Katzen und Flöhe was er gegen die macht kannst du dich daran erinnern Luis ich habe das schon ein paar Mal erwähnt was so die generelle Strategie war gegen diese riesengroßen Flöhe war die so groß waren wie Erbsen Ausdrücken Ja Ausbrennen sogar man hat sich eine Kerze genommen und ist damit nahe übers Hosenbein gegangen und dann machte es mal plupp 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 und dann sind die da alle so geplatzt diese Flöhe er kam es kam dann ein Tag an den er sich sein Leben lang noch erinnern sollte nämlich der 21. September 1917 also sozusagen etwas länger als ein Monat und 100 Jahre her und das war der Tag an dem er verwundet wurde und mehrere seiner Freunde die auch mit ihm an Louis gern waren auch getötet wurden denn es gab auf einmal einen großen Schuss und er kann sich nicht mehr ganz daran erinnern jedenfalls war er bewusstlos kurz und als er wieder aufwachte war ihm gar nicht bewusst dass er überhaupt getroffen war er lag am Boden und dann war wirklich sagenhaft meinte er in seinem Bein hatte er ein Schrapnell habe ich es mit aufgeschrieben die häufigste Verwundungsursache im ersten Weltkrieg Granatensplitter ich habe es jetzt nicht mit aufgeschrieben aber diese Schrapnell war meine ich drei Inches oder in etwa drei Inches lang was auch nicht gerade klein ist und ja also das war abends als er verwundet wurde er lag dann da wurde dann ins Lager getragen und musste dort den Abend liegen und den ganzen darauf folgenden Tag erst am Abend kam ein Arzt zu ihm und hat ihn gefragt Junge du das Schrapnell du kannst dich jetzt entscheiden ob ich dir das jetzt raus nehme oder drin lasse bevor du jetzt ja sagst raus nehmen muss ich dir allerdings sagen du hast nur eine leichte Verletzung im Vergleich zu den anderen und ich habe nicht genügend Betäubungsmittel ich kann dich nicht narkotisieren und dann hat Harry Petscher gefragt wie lange er dann ungefähr brauchen würde dieses Schrapnell rauszunehmen da meinte der Arzt wahrscheinlich einige Minuten und so ein Schrapnell rauszunehmen das ist schon einige Fummel arbeitet man muss wirklich tief in die Wunde rein das auch erstmal suchen und dann rausziehen und Harry Petscher hat überlegt ja ich nehme es mir jetzt raus das hilft ja nichts es muss raus dann kamen mehrere Leute haben ihn an Füßen und Händen gepackt dann hat der Arzt darin rumgebohrt und diese Schrapnell gesucht und rausgezogen ein Schmerz den er nie vergessen und ich meine das in der britischen Armee also die wird noch zu den best versorgtesten Armeen im ersten Weltkrieg gehört die waren noch ziemlich gut versorgt eigentlich wir waren mal im Antikriegsmuseum Louis zusammen mit Ulrike vom Podcast und wir haben dort auch gelernt dass viele ihre Schrapnell behalten haben oder Schrapnells und ihre Splitter behalten haben um sich dann Briefbeschwerer draus zu machen oder andere Dinge also sie aus Erinnerungsstücken behalten und so wurde auch er gefragt was er mit dem Schrapnell machen möchte und er meinte schmeiß das Ding weg das war viel zu lange in meinem Körper nichts mehr nütze ich frage mich auch immer ob ich also was wie ich geantwortet hätte ich glaube ich hätte das auch weg schmeißen lassen jeder seins ich hätte es behalten jeder hat eine andere Methode damit zu verarbeiten meine Methode wäre gewesen damit überall rum zu sagen guck mal das war das war in meinem Fuß drin die haben mir raus gezogen das sage ich jetzt Gott Gott sei Dank hoffe ich komme ich niemals in die Situation meinen Worten auch Taten folgen lassen zu müssen ich auch so jedenfalls ist der immer noch verwundet der kann nicht weiterkämpfen und kommt zurück nach Großbritannien um dort weiter behandelt zu werden aber ich meine immerhin er hat sein Bein behalten ja das ist ja schon was und er landet jetzt in Southampton und meint als er dort ankommt kann sich auch noch nicht bewegen ist immer noch auf einer Trage und dort laufen viele Frauen rum die die Verwundeten versorgen und unter anderem kommen sie zu jedem ans Bett und fragen ob er eine bereits ausgefüllte Postkarte an seine Liebsten schicken möchte also die haben Postkarten vorbereitet die sozusagen nur noch im Namen der Leute der Soldaten abschicken mussten man konnte wählen zwischen zwei Kategorien die eine war leichte Verletzung oder ernsthafte Verletzung finde ich ist irgendwie doch durchdacht eine gute Idee weil wenn du da rum liegst mit dein mit dein Eisen im Fuß hast du vielleicht keinen Bock eine Karte zu schreiben ja und kannst du erst mal sagen hey mich gibst ich habe ein Stück Metall irgendwie im Fuß aber alles erstmal in Ordnung und muss da nicht viel schreiben vielleicht war man schon gar nicht mehr fähig und nur noch Name eintragen Angehörige Kategorie zack ab die Post genau er wird dann noch weiter Spannendes Detail macht Sinn wenn man darüber nachdenkt er wird dann auch weiter gepflegt das ist jetzt nicht mehr so spannend wie ich eine kleine Anekdote die ich sehr lustig fand war er trifft dann dort zwei Freunde wieder mit denen er erst mal zurückfahren soll in ein anderes Lager und die haben sozusagen eine Zugfahrt und dafür haben sie natürlich drei Tickets sie sind drei Leute also drei Tickets und sie geben die drei Tickets an einen der dreien nämlich der hat den Namen Titch Titch steckt die drei Tickets in seine Jackentasche rein sie gehen in den Zug rein und sie fahren auch schon mit dem Zug eine Weile und sehen dass der Schaffner langsam näher kommt also möchte Titch die Tickets aus der Jacke haben genau und Titch zieht aber nicht drei Tickets sondern nur noch zwei Tickets aus seiner Jackentasche und meint dass da ein Loch drin war in seiner Jackentasche wahrscheinlich sind da die Tickets verloren und daraufhin ziehen sie Streichhölzer wer von den dreien sich unter der Bank verstecken soll und die anderen beiden würden einfach das dritte Gepäckstück auch mit den Beinen verstecken sodass der Schaffner auch wirklich nur zwei Leute sieht mit zwei Gepäckstücken und so kommt es dazu dass Bill sich unter der unter der also sich verstecken muss und der Schaffner naht und fragt nach den Tickets und sie steckt wieder seine Hand in die Jackentasche und holt auf einmal drei Tickets hervor also das verlorene Ticket hat sie wieder angefunden und gibt dem Schaffner drei Tickets und der Schaffner fragt ja drei drei Tickets wo ist denn der dritte und sie fangen an rumzustammen und sagt ja der versteckt sich hier unter der Bank und jetzt steht hier wörtlich drin he's a little bit walky upstairs also aus dem Kontext heraus er ist ein bisschen plemplem im Kopf er hat so einen kleinen Knall von der Front mitgebracht das so eine Redewendung drin anscheinend und der Schaffner sagt oh ja okay verstehe verstehe und in diesen Zügen waren anscheinend auch so eine Art nicht Polizei aber so Wachmänner auch dabei und er geht zu einem Wachmann und sagt hier da da ist so der Bill der ist einer von den dreien der ist ein bisschen der hat so einen kleinen Knacks von der Front mitgebracht den müsste mal unter Augen also müsste mal drauf achten finde ich aber von Schaffner auch richtig so weil ich meine ganz ehrlich wenn es wirklich so wäre ich meine das ist ja die sind ja auch gefährlich dann für sich selber und für andere und jedenfalls sie kommen dann irgendwie bei der Zwischenstation an müssen da aufsteigen und am nächsten Tag wollen sie weiterfahren mit dem nächsten Zug und dann ist natürlich auch dieser eine Wachmann da sieht die drei kommt wieder auf Bild zu und sagt ja Mensch Bild wie geht sie denn heute und so und fährst den mit sanft Handschuhen an und dieser Wachmann informiert auch den Zug den kompletten Zug dass sie hier eine ganz spezielle Person an Bord mit haben und dass sie ganz vorsichtig sein sollen und so weiter ich finde es einfach komisch aber es ist auch so typisch britisch was die media erzählt ein bisschen Slapstick erinnert mich IT Kraut ja I'm disabled who are you disabled like disabled okay IT Kraut gute Serie wir vertiefen das Thema nicht ja the theater genau ja und er will dann er kommt dann zurück nach Frankreich aber bevor er seinen ersten Einsatz wieder hat wird der Waffenstillstand schon unterschrieben und er kommt dann wieder zurück und macht seine Lehre zu Ende das ist alles nicht so spannend doch ich finde das mal sehr spannend was ist aus dem geworden ich meine der war ja dann die ersten der ist mit 17 irgendwie an die Army rein und mit 20 kam er raus oder so der hat in den 30ern genau hat er seine Ausbildung zu Ende gemacht als Sanitärtechniker also so Heizung Klempner na das ist glaube ich noch ein bisschen spezieller weil du machst so Heizungstechniken installierst du genau und er ist mit 65 Jahren glaube ich in Rente gegangen genau 1963 hat er Kinder gehabt ja ich bin mir gerade nicht sicher wie viele er hatte auf jeden Fall drei Frauen und ein besonderes Kind von dem er da im Buch erzählt war dieses Kind ihr Sohn der ist auch bei der Armee gewesen ich glaube bei der Marine und ist dann alkoholabhängig geworden und ist auch mit 45 Jahren gestorben weil er dann einen Leberzirrhose hatte genau das ging irgendwie so die wurde festgestellt und acht Tage später war der schon tot also da war nicht mehr viel zu machen der hat ja aber auch also wenn der so schnell ging dann wird der auch gut gebechert haben ja der hatte vor allem zu viel Geld anscheinend er wohnte wohl bei dem Vater und hatte mehrere Renten er hatte von der Marine eine Rente und noch zwei andere ich kriege es gerade nicht mehr zusammen aber der hatte wohl genügend Geld um sich das alles schön zu saufen genau also das war eine Geschichte die er hier nochmal erzählt hat ansonsten so viel hat er dann nicht mehr erzählt was er noch er hat auch gar nicht gesagt was er im zweiten Weltkrieg genau gemacht hat außer dass die damals auch Sanitärtechniker gesucht haben mit Erfahrung bereits und dann hat er sich gemeldet aber was er jetzt da genau gemacht hat in der Zeit steht nicht drin wie gesagt mit 65 Jahren ist er in Rente gegangen das in der 63 sein Chef meinte damals Mensch du kannst doch noch mach doch noch weiter wenn du willst du kannst doch noch du bist doch noch gut er meinte ja du hast recht Chef ich kann noch deswegen gehe ich jetzt in Rente ein weiser Mann generell erzählt er so wie er so klar kam der war noch 46 Jahre Rentier ich sage immer ich finde ich immer schon den Begriff Rentier es ist unvollstellbar dass man so lange dann das ist das ist für manche ein ganzes Leben also der war noch länger Rentner als sein Sohn gesoffen hat ähm ja stimmt Wahnsinn und dann hat er so erzählt wie er so mit den Erinnerungen umgegangen ist generell meinte er dass er ähm nach dem Krieg wenn andere Leute so Lieder angestimmt haben hat er nie mitgesungen er hat sich auch nie Kriegsfilme angesehen sein Argument war warum auch er war ja da also er weiß wie eine Explosion aussieht er kann sie heute noch spüren der Typ ist mir direkt sympathisch das finde ich eine super super Aussage vielleicht würde ich sofort sagen cool genau und er meint als er eingetreten ist in den Krieg und die ersten Schlachten auch Passion Day miterlebt hat oder gesehen hat hat er den Glauben also den Glauben verloren und er hat ihn aber wiederbekommen nämlich in einer Szene des Krieges als er gerade im Niemandsland war und einen ähm jemanden dort hat liegen sehen von seiner Kompanie und der hatte also sein Magen hing schon raus aus seinem Körper und er meinte nur Zwery ähm erschieß mich er hat halt Qualen gehabt und Harry wollte ihn schon erschießen doch bevor er es machen konnte ähm war der schon tot und das letzte was er gesagt hatte war äh Mother und hat zufrieden geguckt und später hat Harry dann erfahren dass seine Mutter schon vor einigen Jahren anscheinend tot war und ähm also Harry hat dann die Erkenntnis gehabt ja äh das muss doch irgendwie ein Leben nach dem Tod gehen das Tod kann nicht das Ende sein fließt sich hat der Kamerad ja auch seine Mutter denn erwartet und ähm hat dann sein Glauben wiedergefunden und sowas gut weil da sollten wir uns kein Urteil erlauben aber wir waren halt nicht dabei genau ja ich möchte es halt nur so sagen das ist klingt alles sehr theatralisch ähm genau und ja generell hat der Großbritannien dann sehr sehr lange nicht mehr verlassen das erste Mal wieder ähm das ist das erste Mal auch nach äh nach Frankreich zurückgekehrt nämlich zum 75. Jubiläum der Öffnung des ähm vom Memenport sagt dir das was von Memenport ähm ich glaube Memengate im Englisch das ist so ein riesiges Denkmal ich muss es auch mal nachschlagen das ist so ein Ehrenbogen und da sind die Namen von allen ähm gefallenen Soldaten äh ich glaube ich glaube auf britischer Seite oder vielleicht auch und Tornseite verewigt naja wahrscheinlich britischer aber man weiß und das ist 75. das war dann 1900 du weißt ja nicht wann das eröffnet wurde also ja also das aber 75. heißt ja schon mal frühestens also 1914 plus 75 sind ja 1989 und das ist ja sehr unwahrscheinlich weil die das ja irgendwann später eröffnet haben es wurde eröffnet am 24.07 1927 27 plus 75 sind 2002 ja da kommen wir auf dieselbe Zahl durchs Mann also 2002 das erste Mal ist er da da war er schon 104 also auch nach vier Augen im Prinzip berechnet 104 ja gut ich meine da haben sie wahrscheinlich nicht mehr viele gehabt die sie aus der Mottenkiste ziehen können ja und ähm er hat sogar die Stelle wieder gefunden ähm wo er verwundet wurde musst du dir auch mal überlegen du bist denn aber auch da okay man war nicht dabei aber wenn man sich das alles so anhört ist aber auch egal weil der entscheidende Punkt ist wenn es für ihn die Stelle ist wo er verwundet war ist es die Stelle fertig aus weil ist auch egal ich glaube auch also man muss erst mal so alt werden und noch so eine Erinnerung haben dann also ich habe mir auch die Bilder hier von den anderen mal so angesehen da sind halt auch Leute dabei wenn du die siehst zum Zeitpunkt ob das jetzt wirklich der Zeitpunkt war in dem die mit dem Autor hier gesprochen haben aber die sehen halt alle nicht mehr so fit aus ähm hier welches Bild hatte ich jetzt hier ja der war ja auch schon weit über 100 aber ich finde ja guck dir ihn hier an ja gut der ist der ist Cecil Rizzers den hatten wir auch schon der ist der ist aber auch ja gut der ist auch nahtod aber wie ist nochmal der den wir gerade hatten ja wo ist der ähm Moment also ich finde also der der ist ja auch dem Bild aber auch schon über 100 dann ne ja das muss so 2004 ungefähr gewesen sein ja gut dann war er auch schon über 100 dann ist er auch da ist er auch schon echt fit ja also das Buch wurde Buch wurde veröffentlicht 2014 oder geschrieben 2014 aber da war er ja schon links tot ähm 2009 ist er ja gestorben mhm also war er noch da war er noch wirklich fit und Steffen wenn ich mal 104 bin und sage hier hier an der Stelle weißt du wir beide ich hab da mal ein Bier getrunken weißt du noch dann untersteht ich mich zu widersprechen ich finde bei sowas hat ein 104 jähriger immer recht ja ähm wobei ich anmerken möchte dass du vielleicht über sowas nicht reden würdest sondern also der Vergleich mit dem Bier getrunken oder an der Stelle verwundet worden der hinkt der ist nicht das ist du hattest schon mal bessere Vergleiche der Vergleich ist nicht gut abschließend möchte ich noch sagen er hat tatsächlich ähm den letzten deutschen Veteranen sich noch mal mit ihm getroffen das war Charles äh Künst äh kannte ich nicht ähm ah ja genau nimm mal das iPad in die Hand und such mal Charles und dann K-U-E-N-T-Z und den hat er getroffen er hat sich äh lange Zeit geweigert ihn zu ihn zu treffen und ähm hat dann aber mit dem Briefe geschrieben und fand dann dass er wahrscheinlich doch sympathisch ist hat ihn dann getroffen und fand ihn auch sympathisch Charles Künst war ein elsässischer Elsass Kriegsveteran des ersten Weltkriegs er war das älteste der war der älteste noch lebende Angehörige der kaiserlichen Garde also eine Liedernheit der deutschen Armee er diente sowohl in der deutschen als auch in der französischen Armee als Elsasser und interessant ne und er wechselte viermal im Leben die Nationalität 97er Jahrgang äh 2005 gestorben der wurde also 107 ja also hat er seinen Geburtstag nicht mehr mitbekommen 2005 was interessant ist er wurde eingezogen und äh weil er Elsässer war gab es ein Geheimbefehl des preußischen Kriegsministeriums und die ganzen Elsässer wurden nach Russland versetzt weil man traute ihnen nicht ja das ist doch eine Scheiße weißt du dann nimmt man sich so ein Stück Land Elsass und Lothring äh und riskiert die freie Schweinschaft zu Deutschland und dann traut man den Leuten nicht mal da drin die man da jetzt sich irgendwie angeeignet hat das ist doch alles total gekloppt ganz ehrlich das hast du auch schon in anderen Gebieten gehabt zum Beispiel mit Italien und Österreich Ungarn Leute die aus Tirol waren da war man sich auch teilweise nicht so sicher zu welcher Nation fühlen sie sich jetzt hin gezogen ähm dann jetzt noch ich möchte nur mal ganz kurz ähm ja am Ende des ersten Weltkriegs wurde ja Elsass äh wieder französisch also die das Leben ist manchmal ne das Leben ist echt skurril und dann wurde er wieder Franzose war es ja Elsass ja und dann ging der zweite Weltkrieg los und was ist passiert er wurde eingezogen und diente in einer Fernmeldeeinheit also das kannst du echt keinen erzählen so ein Leben dann war er in der französischen Armee dann auf einmal ist ja auch irgendwie scheiße alles ja also einmal hat er auf deutscher Seite gegen Russland gekämpft und danach war am anderen Weltkrieg auf französischer Seite gegen Deutschland in der Fernmeldeeinheit genau und 2004 kam es zu einem beachteten Treffen mit Harry Patch ja dem noch lebenden Mitglied der britischen Armee und es wurde in der BBC Dokumentation The Last Tommy verfilmt ja genau und er sagt auch dass er sich mit dem 2004 getroffen hat und leider ein Jahr später ähm sei der Charles dann gestorben ähm abschließend sagt er dann dass er Krieg sinnlos hält und ähm er kann es nicht verstehen warum ein junger Mann gezwungen wird gegen einen anderen jungen Mann zu kämpfen dass man und und er kann es nicht verstehen warum ein junger Mann gegen einen anderen Mann kämpfen muss den den er nicht kennt und dessen Sprache er nicht spricht ja und letztendlich ja alles am Ende durch ein ähm durch ein na wie kann man das auf Deutsch sagen ein eine Unterschrift auf einem Schreibtisch beendet wird ja völlig sinnlos man sieht ja auch an so einem Leben also wie auch von den was er gerade beschrieben haben wie sinnlos das Ganze ist einfach nur Obergaga also Harry Patch ähm ich ich habe jetzt keinen Hut auf aber ich ziehe meinen Hut vor diesen Mann und seinem Leben ich finde ihn total sympathisch ich finde diese Aussage und ich gucke mir keine Kriegsfilme an ich war dabei so ne und ähm ja so viel wie sagst du dazu immer er hat im Wesentlichen gesagt der Igel wohnt jetzt hier ja ja das tut er jetzt nicht ganz aber ja kannst du den Witz mal erzählen ich möchte lieber einen anderen Witz erzählen Luis ok Witze wollen wir Witze erzählen ja genau wir erzählen jetzt Witze heute ist mal eine etwas längere Folge wir sind heute etwas mitteilsamer aber es sind doch wirklich wichtige Themen ja es muss immer Zeit sein für Witze wir haben nämlich in diesem Chronikbuch 1917 ja haben wir eine Seite mit Witzen gefunden genau welche ist denn das Steffen ich würde es dir gerne sagen Luis wenn ihr es mir aufgeschrieben hätte es muss irgendwas in den 160er sein ähm ja 169 169 ok wir haben nämlich beide das gleiche Buch oder auf meiner Seite ist es auch Wahnsinn dann haben wir anscheinend dasselbe Jahr in meiner Hand ähm es sind ein paar Witze dabei wo man einen Dialog sprechen muss das eignet sich gut fangen wir mal an ähm acht Witze wer hier abschalten möchte kann dies gerne tun du fängst an mit Überschrift und dann äh wir wechseln uns immer ab ok ok ähm beim Schippen nur mal feste Doktor das Ei des Kolumbus ist auch nicht an einem Tage gelegt worden die Artillerie Beobachtungsstelle du eben muss der Bierzug angekommen sein der Fesselballon geht runter Wahnsinn also was für Witze gut ähm wir haben ja noch einen beim Marschieren da können wir da können wir zu zweit sprechen was tut der Soldat der sich beim Marsch unwohl führt unteroffizier nachhelfend er setzt sich Rekrut er setzt sich nieder unteroffizier Unsinn Mann er setzt sich dem Verdacht der Feigheit aus ja genau der unvorsichtige Feind seit einer Stunde lag die Kompanie im Feuer der feindlichen schweren Artillerie die sich offenbar vorgenommen hatte den Schützen Graben auszuräuchern bisher war die ganze Schießerei völlig erfolglos gewesen bis plötzlich eine Granate dicht vor dem Unterstand einschlägt mit einem Kopfschüttel nach dem Feinde hin sagt einer der Bewohner so eine Unvorsichtigkeit die da drüben werden es sich noch lange treiben bis mal ein Unglück passiert und dann ist es zu spät nochmal das sind Witze von vor 100 Jahren wir also wir haben bis jetzt diese Witze von vor 100 Jahren die sind alle so also keine Ahnung warum das so ist also ich muss sagen der ist ja noch einigermaßen sarkastisch dass man sagt ja der der Feind der schießt dauernd auf uns trifft uns nie dann schlägt mal gerade was neben einen ein und dann sagt man Mensch der muss ja mal vorsichtig sein irgendwann geht hier nochmal was schief aber ich finde es trotzdem lustig mir ist das Thema zu ernst aber naja gut in jedem seins wollen wir hier mal Frontkochen nehmen ich spreche den Feldwebel und du sprichst den Müller ja okay ich der Feldwebel Müller können sie kochen das kochen in den großen Feldtöpfen ist so eine Sache ich habe schon in den größten Kesseln gekocht sagt Müller Feldwebel erfreut was denn Müller Asphalt oder gut ich meine er ist ein Asphaltkocher okay das reicht drei haben wir noch drei haben wir noch leg los fang an der Urlauber ein Landsturmmann der von einem zehntägigen Heimaturlaub zu den Stellungen an der Westfront zurückkommt ruft beim ersten Betreten des Schützengrabens aus na Gott sei Dank da wären wir ja mal wieder daheim ich mache den nächsten du machst die wörtliche Rede Steffen okay unbekannte Gegend ein Kriegsfreiwilliger von einem Offizier nach einer in der Nähe befindlichen Ortschaft befragt gab mit der liebenswürdigsten Miene von der Welt zur Antwort verzeihen Herr Leutnant ich bin selbst fremd hier okay hier noch einer spricht nur einer unser Landsturm wie ist der Anton so eine Herrenpartie ohne Muttern ist ja ganz nett aber es wird eben doch allmählich etwas länglich die jute Olle als ich abriggte hat sie mir noch um mich ihm besonders verjungen zu machen den Hausschlüssel heimlich in die Manteltasche gestochen ist ein bisschen naja gut wir haben vielleicht noch den Begleitartikel dazu Humor 1917 trotzdem lachen Verhabenlosung und Propaganda sind die Inhalte humoristischer Seiten der Kriegszeitung nicht nur im Deutschen Reich Trotz der ungeheuren Zahl der Toten und Verwundeten verherrlichten die Zeitung den angeblichen ungebrochenen Witz und Optimus der Soldaten an der Kriegsfront zwar dient der einfache Soldat in den Strategien der Armeeführung nur als Material für weitere sinnlose Schlachten doch in den Witzen werden mit schnoddrigen Betrachtungen und kleinen Erzählungen Brutalität und endlose Schrecken des Krieges zum humoristischen Abenteuer naja humoristisch ist Gott sei Dank individuell Abenteuer wie weiß wir haben ja noch eine kleine Skizze die können wir kurz beschreiben und zwar ist das so ein Vorher nachher und man hat hier einen kleinen Jung der hat eine er malt eine riesige Birne an also das Obst malt er an die Birne ist so groß wie er genau und da steht hier Onkel Baldun im Jahre 1914 das heißt der Onkel Baldun soll diese Birne sein und die sieht sehr wohl genährt aus weil sie oben sehr flach ist und dann unten da wo das Kind die Backen und den Mund einzeichnet geht sie so wie eine Birne breit auseinander also so ein richtig feistes Honigkuchen Pferd Gesicht genau und dann kommt nachher 1917 ist sozusagen die gleiche Szene nur dass der Junge die Birne umgedreht hat das heißt das sieht jetzt aus der Onkel Baldun sieht jetzt aus wie als ob er einen riesigen Schädel hat und so ein ganz eingefallenes Gesicht unten er sieht halt total verhärmt aus genau das ist noch einigermaßen humoristisch würde ich sagen im Vergleich zu dem ja also man sieht so liebe Zeitreisende ihr habt jetzt heute auch diese Witzepartie überstanden wir hatten heute um es nochmal zu wiederholen und Erinnerung zu rufen eine Sektion über die Isonso Schlacht die 12. war und zwar auch die letzte dann hatten wir Amerika tritt jetzt mit Soldaten an die Front und Machtpolitik die sie vielleicht vor dem Kriegseintritt auch nicht so gut gefunden hätten dann hatten wir Georg Michaelis wir hatten Matahari die am 15.10. erschossen wurde nicht irgendeine Matahari die Matahari die einzig Ware mit dem buddhistischen Tempeltänzen und dann hatten wir noch die Totholzfabrik Harry Grafkessler hat wieder zahlreich Leute getroffen Totholzrubrik das habe ich gesagt von wieder Fabrik Steffen dance nicht und wir hatten Harry Patch der 111 Jahre wurde wir hatten den doppelten Harry doppelten Harry ich würde sagen das ist ein Sendungstitel ja und wenn jemand noch mehr Witze von vor 100 Jahren haben möchte bitte eine E-Mail an steffen at vor 100.de vielen Dank Beschwerden immer an louis vor 100.de über Feedback freuen wir uns und ich würde sagen bis zum nächsten Mal wenn wir wieder in die Zeit gucken von vor 100 Jahren und zum Schluss sind wir noch mal louis und steffen danke fürs zuhören wenn euch die Folge gefallen hat oder auch nicht gefallen hat könnt ihr uns einen großen Gefallen tun ruft uns doch bitte an unter der 030 814 55 339 das ist unser Anrufbeantworter da gehen wir nicht persönlich an ihr könnt uns dort eine Nachricht hinterlassen bitte sagt an wenn ihr nicht direkt in der Folge von uns eingespielt werden möchtet ansonsten könnt ihr auch info etwa 100 de eine mail schreiben aber 030 814 55 339 bitte anrufen weiter könnt ihr uns unterstützen wenn ihr wollt unter patreon paypal flatter amazon wunschliste und auf honig oder bewertet uns auf itunes vielen dank fürs zuhören 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 zuhören